Hallo und herzlich willkommen hier am Montag wieder zurück bei Digimon World, äh, richtige Tastendrück, redigital, redigititze, äh, hier, mm, 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 ihr wisst, was ich spiele, hier, ähm, Dusk, ja, gut, dass ich's im Text stehen hab, Gott sei Dank, oh, haha, ja, da sind wir, ganz offiziell, mit nem Handicap. Kann ich gleich ein bisschen drüber erzählen, ich bin leider gehandicapt, so, jetzt muss ich nochmal ganz kurz hier rüber gucken, was sagt, immer noch das, immer noch dasselbe an Qualität, hä, also, mit der Qualität runterstellen, versteh ich nicht ganz, wie das bei, äh, Twitch abläuft, ehrlich gesagt, kein, kein Plan, was ist denn jetzt los, ja, Klipp, ja, wollte ich nicht, ja, alles, 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 alles gut, so, ich glaub, ich glaub, ja, ich glaub, jetzt haben wir's, voraussichtlich, so, ein bisschen kalt hier drin, ich weiß nicht, warum, eigentlich ist Heizung an, naja, vielleicht ist die Heizung kaputt, totgefroren, so wie ich. So, ich muss jetzt erst mal gucken, dass ich das hier irgendwie ein bisschen hinbekomme, denn, ja, ich bin tatsächlich ein bisschen gehandicapt, das damit bedeutet, ähm, oh Gott, am, An welchem Tag ist das passiert? Hallo Minako. Minako, hast du gesehen? Ich, 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 ich hab, ich hab, ich hab getwittert. Ich hab endlich mal dran gedacht, äh, auf Twitter auch mal das zu machen. Am Samstag ist es passiert, ja, dann ist es am Samstag passiert. Ich hab mir, äh, den Finger auf der Arbeit in der Autotür eingeklemmt und der ist jetzt einfach nur, naja, voller Blutergüsse und ein bisschen taub an der Spitze und ja, wir kriegen das schon hin, ne? Wir, 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 wir kriegen das schon hin. Der fühlt sich halt, der fühlt sich halt taub an, der Finger. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, aber, naja, ich war halt nicht beim Arzt gewesen, ne? Aber voll den, voll den Finger in der Autotür eingeklemmt. Frag nicht, wie es passiert ist, ich kann, ich kann es auch selbst nicht sagen. Keine Ahnung. Ich, äh, ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich hab die Tür zugemacht und mein Finger war da noch zwischen. Und dann musste ich die Tür, die war, die Tür war zu und nur mein Finger war da noch zwischen gewesen. Und dann musste ich die Tür halt wieder ganz normal öffnen und dann, ja, es tat völlig weh. Alter Finne, es tat sogar so sehr weh, das, äh, Kreislauf ein bisschen. Das war, das war cool. Oh ne, äh, und nach Hause durfte ich doch nicht. Ja, das, das alle öff, verfolgt uns tatsächlich auch in anderen Games. Ja, das hab ich mir auch gedacht. Ne, und jetzt ist er halt ein bisschen, ein bisschen steif und... Äh, ja, ganz bisschen angeschwollen, würde ich sagen. Und halt genau am, am oberen Knickgelenk ein fetter Bluterguss auf beiden Seiten. Und, naja, wie gesagt, taub halt. Ist halt, ja... Und das Blöde ist, das ist halt, wenn ich WASD steuere, dann... Ich kann nicht WASD steuern, weil ich kann das A nicht drücken, weil das ist mein, 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 mein Ringfinger an der linken Hand und das ist mein, das ist mein A-Finger. Also nicht mein AA-Finger, sondern mein A-Finger. Und ich versuche jetzt, mit dem, mit dem, mit dem kleinen Finger das zu steuern. Hallo, Leila. Und ich versuche jetzt, mit dem kleinen Finger zu steuern. Also es könnte sein, dass es ein bisschen, ein bisschen anders aussieht, wenn ich, äh, laufe heute. Aber, ja. Oh Gott, oh Gott. Was wird denn eigentlich dieses, 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 dieses Ding da von mir? Please help me. Ne, ne. There is not enough Digifood. You need, äh, supply... Das, ich meine, die könnte ich doch gegenseitig essen. Wenn der Stärkere überlebt. Also bitte. Ja, das ist so in etwa die Geschichte von, wenn ich mal arbeiten gehe. So, deswegen, nicht böse sein. Ich versuche mal mit der Tast... Es fühlt sich halt, der Finger fühlt sich halt an, als wenn er eingeschlafen wäre. Er tut nicht wirklich weh, aber dieses, diese Taubheit da drin, ich hoffe, die geht irgendwann weg. Weil zum Arzt wollte ich eigentlich nicht. Ich meine, ich kann den tatsächlich ein bisschen... Ich kann den, ich kann den tatsächlich... Ich kann ihn ja bewegen und ich kann auch so... Ich kann ihn jetzt auch benutzen, aber es fühlt sich halt einfach unangenehm an. Wenn du auf Taube, tote Nerven da drückst. Ja, ich bin taub und tot. Und genervt. Ja, ich gehe davon aus, dass ich Nerven da... Ich gehe davon aus, dass... Dass das irgendwie mit dem Nerv da... Naja, aber... Er ist warm und er ist durchblutet. Also er ist nicht tot. In dem Sinne. Sonst wäre ich tatsächlich zum... 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 Zum Arzt gegangen. Aber der ist warm und durchblutet. Also ist alles ja auch irgendwie... Hallo, Valkyra. Also auch irgendwie alles... Alles safe, ne? Also sind wir mal ehrlich. Man muss sich ja nicht irgendwie jetzt künstlich... Künstlich... Bekünsteln. Der Finger... Ja, ich... Bestimmt. Sagen wir einfach ja. Okay. Wir wollen heute ein paar Quests machen. Beziehungsweise wir müssen ein paar Quests machen, weil wir von denen die Quests machen müssen, um die Hauptquests wieder zu aktivieren. Also müssen wir jetzt ein bisschen rumquesten. Den Mittelfinger hat es übrigens auch erwischt ein bisschen. Aber der... Der ist nur... Der... Der tut nur weh. Der tut nur weh, wenn ich draufdrücke. Äh... Draufdrücken. Aua. Da muss auch genau die Gelenke getroffen haben, ne? Ist nicht schön. Das waren alles genau die Gelenke. Okay. Was planen wir heute? Wie gesagt, Questen machen. Deswegen fange ich jetzt schon mal an. Ich drehe auch noch Anruf. Habe ich jetzt Ja gedrückt oder nein? Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht mehr, was ich mache. Was ist denn hier? Das ist die Taste. Okay. Wir wollen mit ein Digi-Quest. Drück nicht drauf. Aber... Draufdrücken. Ape Mons Golden Hair. Ja, wir tecken das Quest. Stimmt leider. Du hast ja noch gar kein... Gar kein... Gar kein... Gar kein... Gar kein Schwert. Diesmal läuft das Stream besser als... Ja, ich habe... Ich habe eigentlich die Bitrate immer noch runtergestellt. Rein theoretisch müsste es... Müsste es auch auf 720 zu sehen sein. Also nur HD, nicht Full HD. Aber... Irgendwie erkennt er das nicht an. Aber ich belasse es jetzt wohl mal bei dieser Bitrate, wie wir jetzt sind. Ich weiß nicht, wie der Stream qualitativ aussieht. Aber ich denke mal, so wie immer, oder? Oder ist da ein großer Unterschied zu sehen? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. So, ich habe schon wieder nicht hingeguckt, wo wir jetzt hinquesten sollen. Äh... Talk to Sharmamon in Dark Office. Okay. Nicht, dass das irgendwie matschiger aussieht oder so. Das wollen wir ja auch nicht. So, Dark Office. Ich glaube, das war sogar schon das Dark Office, oder? Du kannst ja gar nicht lesen. Dark Office. Okay, Sharmamon. What's up, Caste? We are Sharmamon. And we are really big fans of Ape-Mon. We want Ape-Mons golden hair. Caste, would you please go see Ape-Mon and get it for us? Ape-Mon should be in Limit Valley. Okay, wir müssen uns Limit Valley und einen Affen rasieren. Ich hoffe, ich klem mir nicht den Finger in der Autotür. Also, ich kann auch so... Ich kann auch ganz gut ohne diesen Finger jetzt hier gerade spielen, weil es ist ja kein schnelles Spiel. Spiele, wo ich schnell spielen muss, wäre es natürlich, glaube ich, ein bisschen schwieriger, wo ich wirklich... Wer es dehnen muss, aber gut. Alles, alles, alles wird gut. Alles wird gut. Wir müssen nur dran glauben. Gut, die Aufnahme läuft auch. Nicht vergessen. So, und sonst, was habt ihr so das Wochenende gemacht? Ich hab halt einfach nur meinen armen, armen Finger betrauert. Ansonsten ist das Auto kaputt. Äh, ja. Ansonsten, 2021 geht da weiter, wo 2020 aufgehört hat, ne? Okay. Äh, Dark Crusher? Ich hab grad keine Ahnung, was ich hier mache. Ich weiß auch gar nicht mehr, was Digimon-Level-mäßig so überhaupt abging. Muss ich ganz ehrlich sagen. Beast Attack. Was hast du hier gespielt? Was soll ich verstehen? Artilier, Artilier Escher und Logi? Äh, Logi. Escher und Logi. Toll. Klingt gut. Aua. So. Ein Affe. Wo habe ich... Okay, Affe schon gefunden. Das war der schnellste Affenfund, den es, glaube ich, gibt. Ich glaube, so schnell hat man noch nie einen Affen gefunden. Alter, 370 ist schon Argumon, Alter. 385 ist schon Argumon. Schon voll überargut, ey. Hab ich versucht, hinzuzufügen? Gibt es nicht. Minago, hab ich versucht, hinzuzufügen, weil ich mich... Ja, ich weiß, es schockiert immer alle, wenn ich mich an irgendetwas erinnere. Aber ich hab mich dran erinnert, aber ich kann es nicht hinzufügen. Deswegen, ich kann es nicht hinzufügen. Ich hab's versucht, nimmt da aber nicht an. Ist kein offiziell... Ich kann... Wenn ich Blind eingebe, kommt mit verbundenen Augen. Und das ist es ja nicht wirklich. Dann kann ich halt nur sowas. Also, es geht leider nicht. So, scharfe Krallen. Wir haben auch eng ein... Stimmt, wir haben... Wir haben... Sanju und ich haben gestern den Film Soul gesehen. War eigentlich echt gut, der Film. Also, der... Der Disney-Pixar-Film. Aber ja, das Respekt ist... Er hat sowas... Hä? Minako. 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 Hast du was anderes erwartet? So. Ja, äh... Ich kann dich jetzt gar nicht so... Ich kann dich jetzt aber auch gar nicht so als Mod machen. Geht leider gerade nicht so. Es tut mir leid. Leider. Muss ich... Muss ich machen... Muss ich... Muss ich nach dem Stream machen. Wenn... Wenn... Wenn du wieder so nett wärst und auch wieder mit Mod bist. Ja! Ich wollte es mir eigentlich tatsächlich angewöhnen mit Twitter, dass ich das da auch noch schreibe. Aber... Na ja. Ich vergesse das immer. Ich habe heute tatsächlich mal dran gedacht. Alter, der Finger ist aber auch furchtbar warm. Der Finger... Der Finger ist... Der ist wirklich warm, der Finger. Im Gegensatz zu allen anderen Finger ist der Finger echt warm, der Eingeklemmte. Hä? Who are you? I'm busy now, so... Hä? My fans want golden hair for me? Well, I don't know. If you can get me... Beats from... Shama... Beats from Shama-mon just a little farther down from here, I'll give you my golden hair. Okay, wir müssen noch weiter. Little... Little down von hier. Okay, down ist runter. Das weiß ich sogar auch noch. Trotz meines... Äh... Äh... Meines... Abgrundtief guten Englisch. Wofür ich auch immer sehr viel gelobt werde. Also muss man sagen, was man will. Kann man sagen, was man will. Äh... Ich werde für mein Englisch viel gelobt, dass das wirklich... Sehr gut ist. Ich weiß gar nicht, was wir hier wollen. Minako, nicht den Arbeitsplatz verlassen. Down ist runter und ich war down und... Meint er hier down? Angewässert. Und wegge... Oh, ist doch nicht weggekrittet. Ja, Chlor Attack eigentlich. Irgendwie... Wow. Ich vermisse Elchi. Ja, nächste... Nächsten... Nächsten Monat. Nächsten Monat geht's... Geht's voraussichtlich los. Geh ich mal von aus. Ich geh da einfach jetzt stark von aus. Wir gehen da jetzt einfach von aus, oder? Dann kriegen wir vielleicht hier auch ein paar Emotes rein. Von mich. Vielleicht. Mal schauen. Müssen wir sehen. Muss ich selbst sehen. So... Dann gehen wir mal hier lang. Und wir suchen... Toll. Da ist Schamamon. Alter, wie er einfach Ahnung hat, ne? Das ist schon... Das ist schon faszinierend, wie gut der ist. Ne, nicht Hydro war da. Hast du eigentlich keinen... Naja, du hast ja eigentlich auch mehrfach Anglöpung mit Night Bomb. Ich fände den Oktopus übrigens cool. Der hat voll Stil. Ne, eigentlich würde ich, dass die hier macht. Oh, der ist noch so weit weg. Da und so. Wir schamen aber uns. Der schläft sowieso, also können wir den angreifen. Nicht zu lang machen, Sandy. Weißt du doch. Geht nur ungenau. So, des Weiteren... Weiß ich nicht. Habe ich mir irgendwie überlegt, dass wir vielleicht noch einen weiteren Stream-Tag mit reinmachen. Weiß ich aber noch nicht. Dass man vielleicht mal sagt, dass man vielleicht Mittwochs noch... Irgendwas macht. Wo sind Sie? Was? 811-Beats? Was ist eigentlich Beats? Well, I can't give them away for free. Let me see. I know. I want 811-Strake-Bone. I trade you my Beats for it. Okay, wir müssen jetzt wieder zu... Hier finde ich nicht mehr hin, ne? Ich sag's ja nur. Hier finde ich nicht mehr hin. Was? Beats gleich Perlen? Aber Eggman hat Perlen. Warum hat denn der Perlen? Was ist das für einer? Aber was für Perlen? So welche für hinten oder so welche für den Hals? Gott, wer hat denn erwachsen? Ja, Google Perlen. Wundert mich aber... Naja, stecke ich mal so weg. Auch wenn's mich verwirrt. Aber gut, was verwirrt mich in der heutigen Zeit nicht? 221, also. 221 wird das Jahr der Verwirrung für mich. Das weiß ich jetzt schon. Bin ich eigentlich noch richtig? Ich glaub schon, ne? Ja, bin ich sogar. Nice. Nice and clean, alter. Nice and clean. Any other thing? integriert sich... Naja, ein kleines bisschen können wir dann ja auch noch so mitleveln. Wir sind sowieso, glaube ich, immer noch ein bisschen unterleveln. Für das, was eigentlich noch kommt. Oh, mal schauen. Ich will eigentlich heute nicht wieder ein Grind-Ding machen hier. Wenn wir ihn upgrinden, habe ich eigentlich keine Lust zu. Eigentlich wollte ich tatsächlich ein bisschen vorwärtskommen. Der hat das überlebt. Wir brauchen unbedingt Ultra-Digimons. Weiß auch nie, warum. Weil cool oder so. Was sollte eigentlich aus Bio und Polpolop werden? Brauchen wir von irgendetwas spezielle Quests? Äh, äh, EXP. Oh, es ist du. Hast du mir die Bats? Was? Trägt sie für meine streckige Kugel? Was war dein Plan von Anfang an? Wenn du sie willst, musst du sie mitzunehmen. Es war so klar, dass wir kämpfen müssen. Gegen den Affen, Alter. Äh, Affe. Boah, rein theoretisch dürfte der keine Herausforderung für uns sein, weil wir ja auch doch ziemlich, ziemlich gut sind. Also mit Mindskill ist das natürlich auch immer, ah. Ist brutal geworden. Oh, macht aber kaum Schaden. Hm, genau passen. Skill und so. Solange er gleich einschläft, ist alles gut. Warum auch? Mindreader. Speed up. Boah, von mir aus. Beast Attack. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie schwächer ist, wenn wir Biest auf Biest machen. Ich mache trotzdem Fire Press, ist immer noch das stärkste Feuer. Was er dir geben, geht da die Feuerresistenz runter. Jetzt schlaf bitte ein. Bitte. Ich will nicht, dass du mir haust. Ich will nicht erhauen werden. Ja, und jetzt nochmal beim zweiten Mal auch einschlafen, bitte. Oder gar nicht aufwachen. Aber ich glaube, du wachst immer auf. Oder daneben ist auch gut. Mit daneben komme ich auch klar. Wo ein Leitbomb. Oh, Mann, ey. Ich weiß nicht, dass ich das missgeschickt. Ja, da geht die Feuerresistenz runter. So, dadurch wäre der Angriff immer stärker. Süß. Sag ich doch, hat kaum Schaden gemacht. Okay, nochmal. Hat trotzdem kaum Schaden gemacht. Müssen aber aufpassen. Wir haben bald keine Moonbombe mehr. Sehr gut. Ein Quid sehe ich gerne. Ich weiß nicht, hat das Ding irgendwie eine schwächere Attacke zum, ne? Zum Treffen oder was ist das da immer? Ah ja, Braten. Aber tatsächlich nicht, dass es tatsächlich stärker wäre, der Angriff, ne? Ich sag's ja nur. So, Apemon ist weg. Und wir gehen Level ab. Oh, gehen wir sogar, glaube ich, wirklich. Sehr schön. Learn new skill. Oh, cool. Da bin ich ja mal gespannt. Shandy lernt natürlich nichts. War ja irgendwie klar. Swap. Soulful skill kick. Smash one zone with a heart kick full of soul. Ja, bitte. Ähm, mach mal bitte statt. Mach mal da statt Schatten klauen. So, Ende. Discard. So. So. Hey, you go, here you go. It's my precious stretchy bone. Take it to Sharmamon. Okay. Your stretchy bone. Darf ich die noch behalten? Darf ich die noch behalten? Bestimmt nicht. So. Okay. Okay. So. So, das ist wirklich ein bisschen, ne? Warum auch treffen, ey, ehrlich. Ich mach mich fertig. Was ich das da machen? Sehr gut, beide Rädermonste sind weg. Genauso wollte ich sie sehen. So, jetzt kommt hier nochmal eine Feuerattacke. Feuerbret. Und beide weg. Ah, so muss das sein, so muss das sein. Sehr gut. So, ich wollte aber tatsächlich erst nochmal gucken. Erst nochmal gucken. Na gut, für dich brauche ich eigentlich... Äh... XP. Ne, Quatsch, oh Gott. Ich muss doch gar nicht auf den Finger schieben. Level 33 halt nur. Aber ist ja eigentlich... Oh, Dark-EXP. Ja, die Dark-EXP werden garantiert noch ein bisschen schwierig, weil so viel Dark haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Die wollte ich rein theoretisch wieder zurückdigitieren lassen, aber erst wenn... Ja, wenn eigentlich ein bisschen... Aber ich will... Weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, was... Was kam hier nochmal raus? Was kam nochmal aus... Aus Wörmilmon? Wörmilmon? So, Sandy wollen wir ja definitiv... Zu Garurumon machen. Oh, können wir sogar schon machen. Wir können Sandy sogar schon Garurumonnen. Ich lasse dich nochmal ein bisschen, äh... So wie du bist. So, was haben wir sonst noch? Was solltest du nochmal werden? Warte, sollst du nicht Hookman werden? Wir brauchen Wasser-EXP. Nee, Maschinen-EXP brauchen wir. Okay, da arbeite ich noch dran. Scheinbar. Du kannst ja sowieso gar nichts mehr. Du bist ja so nutzlos wie... Ja, weiß ich nicht. Ich... Ja, Champion nix mehr können ist natürlich auch echt... Oh. Müssen wir eigentlich... Ich weiß nicht, ob wir das abändern müssen. Weil doof. So ein Angewohnmord dauert auch noch ewig. Angewohnmord vor allem. So was? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht... Irgendetwas. Ich weiß aber auch noch nicht was. Ob wir da irgendwie so ein Zufalls-Ding machen. Irgendwas spielen. Das Wetter ja, wenn er wieder irgendetwas entspannt ist. Gehe ich mal ganz stark von aus. Machen wir den Soulful-Kick. Und Soulful-mäßig weggekickt. Durch den Crit konnten wir jetzt gar nicht so wirklich erkennen, wie stark das war. Aber okay. So, jetzt nochmal nach Sharmamon. Der war hier unten. War der da unten? Ne, wir müssen noch eine Brücke weiter, glaube ich. Ja, ich bin immer noch auf der Idee mit Tabletop-Simulator. Bin ich immer noch drauf. Alter, Finne. Was ist denn hier los, Alter? Digimon-Rudel-Bumps oder was? Aber wie gesagt, da starte ich bestimmt noch mal eine Umfrage wieder auf YouTube. Dass man vielleicht irgendwie sowas macht oder so. So, Klau. John Claude Van Danne. Sehr gut. Das Handy ist so stark, Alter. Und ja, Tabletop-Simulator. Wäre doch cool, oder nicht? Ich würde es irgendwie cool finden. Ein paar Brettspiele oder sowas spielen wäre eigentlich ich. Ich würde es cool finden. Vor allem, ich spiele ja tatsächlich sehr gerne Brettspiele. Ich mag, ich, 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 ich mag das ja. Ich habe aber auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie teuer das ist. Ja, vielleicht auch irgendwie so ein Aufbau. Oh, schon wieder, Alter. Was ist denn hier los? Wird ja schon langsam ekelhaft. Vor allem sind da denn so viele Brettspiele, die ich damals auch als Kind nicht hatte, bestimmt dabei. Ich hatte mein ganzes Leben nie Spiel des Lebens gehabt. Wisst ihr, wie bitter mein Leben war ohne Spiel des Lebens? Ich hatte nur Monopoly. Und Hotel. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das Spiel Hotel kennt, aber das hatte ich auch noch. Das war aber auch cool. Ach, Hotel war auch super. Das wäre auch total cool. Eng, Eng hätte das Spiel. Weiß ich nicht. Natürlich, Renamon überlebt wieder alles, ey. Spackumon, Alter. Können wir ihn auch nennen. Was? Nein, bitte. Will nicht so böse sein. Oder Schach. Oder, was habe ich denn noch? Ach, wie hieß denn das Spiel mit den Hexagonen, das ich damals hatte? Was? DKT? Was ist das zum Teufel ist DKT? Bestimmt irgendwas Österreichisches. Hallo, Schachmarmon. Was? Du hast wirklich es geschafft? Ich war nur ein Kugel. Ich fühle mich schlecht für Apemon. Ich kann nicht diesen strechigen Kugel nehmen. Oh, Alter. Kass hat Beats. Und jetzt, geh die Beats zu Apemon. Sag ihm, ich bin sorry. Oh, du. Alter, da haben wir Apemon extra die Arme gebrochen, weißt du? Damit wir seinen stretchy Boden da bekommen. Wenigstens hat er Orientierung und weiß immer ganz genau, wo er hin muss, ne? Ist mir das aufgefallen? Mir ist das aufgefallen. Oh, meinst du mir die Beats this time? Huh? Stretchy bone? Ich weiß, Schachmarmon hat es entschieden, nicht zu nehmen. Ich werde es zurücknehmen, dann. Danke, dass du die Beats bekommen hast. Diese Stahlfeather ist sehr rar. Ich sage denen, ne, 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 ne Stahlfeder. Ich bin nicht verwirrt, was Beats sind. Now take some of my golden hair. Golden hair. Sehr schön. Hurry and give it to them. I'm sure they will be very happy. Die sind bestimmt unsagbar happy und können sich kaum halten. Ich habe noch nie Rollenbrettspiele gespielt und mein ganzes Leben noch nicht. Ich habe da überhaupt gar keine Ahnung von. Ich habe noch nie Dungeons & Dragons gespielt. Das ist bestimmt auch mal interessant. Ja. Was? Vier bis fünf Stunden. Ja, das wäre ein bisschen lange, ne? Das wäre eigentlich ein bisschen langer. Wie komme ich denn hier eigentlich wieder raus? Was war für ein Freund? Ich habe aber wirklich keinen Plan. Ja. Siedler von Katan. Wie gesagt, so ein Eisspieler, das... Ne? Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Nie, nie irgendwie. Aber da kommt es halt auch darauf an, wer denn da alles so mitspielen will. Weil das ist ja doch ein Spiel, was irgendwas kostet. Vielleicht kann mal irgendjemand nachschauen, wie teuer. Weil ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht, wie teuer. Weil ich habe es auch nicht auf. Nein, ich will die Farm Results nicht sehen. Wir sind hier absolut falsch. Ich weiß nicht, wo ich bin. Verdammt. 20 Euro kostet das. Oh Gott, oh Gott. So viel Geld habe ich nicht. Das müsst ihr mir spenden. Das Handy ist so teuer geworden. Ich kann da nichts für. Das Handy will immer dieses Spiel und das Spiel. Jetzt haben Sandy und ich ja angefangen, privat-gerounded zu spielen. Hey, der Ausgang! Da bin ich aber nicht lang gelatscht, oder? Ich bin irgendwie umkreis. Ich habe keine Ahnung. Ne, wir haben angefangen, privat-gerounded zu spielen. Und da ist ein Charakter, der macht immer alle op. Das ist auch super. Klickst du an und dann sagt sie alle op. Das ist einfach, 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 einfach ein Traum. Das verfolgt mich überall hin. Okay, welcome back. Wow, ist das die goldenen Haare? Amazing! Das ist ein rare Item, no one has yet. Okay, thank you. Your reward ist at the Dark Center. Got it, it's there. Well done! Was willst du? Klippen? Was, was? Klippen? Ja, deswegen, weil es auch so viele Spiele gibt. Da gibt es so viel Auswahl dabei. Oh, wir haben eine Doppelachs bekommen, die wir überhaupt nicht brauchen. Cool. Dinge, die wir nicht brauchen. Deswegen wäre das ja so cool, so als, ne? Jeden Tag ein anderes Spiel da. This is the Reception for the Andromon Desk. Deswegen Maschinen und so ein Kram. Take a quest. Diggeli, diggeli. Take, äh, talk to Kotemon in Dark Square. Ich hab's nicht mal das allererste Mal gleich gelesen. Das wie Twitter. Das allererste Mal getwittert. Naja, äh, naja, das erste Mal nicht getwittert, aber, ne? So, Dark Square. Dark Gate. Äh, da hab ich überhaupt gar keine Ahnung. Dark Platzer. Vor allem das Pokémon-Brettspiel würde mich auch voll interessieren, echt. Das würde mich mega interessieren. Dark Hall. Dark Hall of Fame. Dark Square. Dark Square. Mit wem sollten wir reden? Da haben dich jetzt, ein... Kotemon war das, glaube ich, oder? Da, is er ja. Hi, Kaste. Ich mag wirklich, an die K-Käste machen. Ich wollte immer das legendärische Digi-Deli. Ich höre, dass die Sonnenblumen in der Dark-E-Area einen für dich machen wird. Denkst du, dass du dich für mich ein Diggel-D-Cake bekommst? So kaum handelbar langwierig und so. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich habe es schon wieder vergessen. Dark-Area-E? Ging das hier drüber? Ja. Stimmt, da mussten wir uns in Sunkend-Tunnel. Hä? Hä? Zwei bis drei... Echt, das geht nur so langsam? Äh, so wenig? Alter, das müssen wir unbedingt spielen. Warum jetzt im Sunkend-Tunnel? Warum sind wir jetzt im Sunkend-Tunnel? Und wo ist das Zurück-Teleportier-Ding? Ich frage nur mal für einen Freund. Wo ist im Allgemeinen irgendwas? Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Jetzt bin ich ein kleines bisschen verwirrt. Was, wo ich Pokémon-Tauschen erzwingen kann? Äh, das müssen wir unbedingt mal spielen. Das müssen wir... Oh, wir müssen das echt machen. Vielleicht machen wir das nächsten Mittwoch sogar wirklich schon. Vielleicht machen wir das mal. Wäre doch bestimmt mal lustig. Oh, Kotomon gibt Maschinen-EXP. Okay, das ist aber cool. Wir brauchen Maschinen-EXP. Aber jetzt mal ernsthaft. Warum bin ich hier? Ich musste zu Dark Area E. Was? War das hier? Total verwirrt. Ich wandere jetzt den Tunnel hier und... Oh, Maschinen-EXP. Okay. Ja, wir werden auch erstmal... Also, ne? Das ist ja nur so als, ne? Dass wir das auf jeden Fall mal machen. Also, da hätte ich nämlich echt Bock drauf. Das wäre bestimmt voll cool. Oh Gott, ich habe jetzt voll Bock drauf. Gibt es auch irgendwelche Digimon-Spiele? Wir müssen... Ich muss nachher unbedingt mal gucken. Ich muss nachher unbedingt mal reingucken. Okay, das stimmt. Das war eine Maschinen-Attacke. Okay, jetzt ist gerade irgendwie Black Screen. Jetzt, hallo! Ich bin wieder da! Okay, keine Ahnung. Mein Monitor hat gerade einfach ausgemacht. Muss ich mal kurz gucken. Bei euch aber nicht. Dann war es mein Monitor tatsächlich. Mein Monitor war gerade kurz aus. Ihr hattet jetzt keinen Black Screen, ne? Hab ich jetzt nicht gesehen. Mein... 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 Mein Monitor ist ausgegangen. Einfach so. Vorhin. Jetzt ist er wieder an. Wird Zeit für den neuen Monitor, wa? Oh Gott. Ich weiß, es geht ein Trumpfkartenspiel, was... Oh Gott. Ach, Minako. Was du immer... Was... Ganz ehrlich, was ist deine Suche bei YouTube, um das zu sehen? Was... 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 Was genau... Wonach genau suchst du da bei YouTube? Wenn du sowas findest? Was... Ne? Ich frage für einen Freund. Jaja... Jaja. Natürlich. Ich vermute mal auch irgendwas mit Brüsten... Da muss... Da muss das Schlagwort Brüste drin sein. Aber gut hier. Können wir ja tatsächlich mal ein bisschen Maschinen-EXP leveln, was echt gut ist, weil, naja, irgendjemand braucht eine Maschine. Ich hab's schon wieder vergessen, wer eine Maschine braucht. Irgendjemand hat einen neuen Skill gelernt, aber das ist, was ist jetzt los? Achso, Swap. Grand Cross. Slash One Zone with a Holy Power of Holy Powerness. Ja, statt Light Tackle, ne, würde ich mal sagen. Tschüss, Discard. Oh, das ist wirklich, es ist wirklich gewöhnungsbedürftig, wie ich hier gerade spiele. Ich meine, ich benutze den, ich benutze den Finger tatsächlich nicht. Den benutze ich nur rar. Hahaha. Oh Gott. Äh, aber ich wechsle halt mit dem Mittelfinger immer von W auf A und rutsche da immer so rüber und ja. Ich war auch schon an überlegen, ob wir, was mach ich jetzt hier, keine Ahnung, ob wir, ob wir noch einen zweiten Tag von denen, weil das Spiel hat echt Spaß gemacht. Das, 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 das Xenoblade hat echt Spaß gemacht. Hab ich echt gerne gespielt, muss ich sagen. Ich war schon an überlegen, ob wir da vielleicht einen zweiten Tag oder so, aber nee. Dass man so zwei Stream-Tage daraus macht, aber dann können wir es ja nicht bis 2022 ziehen. Und wir wollen es ja bis 2022 ziehen mit dem Stream. Das ist ja das Mindeste. Ich bin schon echt gespannt drauf. Weil sowas hat mir tatsächlich wieder ein bisschen gefehlt. So ein, so ein, so ein, so ein JRPG, wo es dann einfach riesengroß ist und du, ah, das, ah. Das ist da nicht von reden. Das ist da einfach nicht von reden. Das gibt auch richtig Machine-Exp, cool. Cool, cool. Das war doch ganz, ganz, na, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache. Außer Machine-Exp-Farm weiß ich nicht, was ich hier mache. Der Digimon Survive. Es wird kein Digimon Survive geben. Minako. Es wird es nicht geben. Es tut mir leid. Es tut mir leid, das so zu sagen, aber es wird bestimmt, ne. Ich bin noch unschlüssig, ob es dieses Jahr rauskommt. Es fühlt sich so, ja, weiß ich nicht. Es ist halt einfach so deprimiert, ewig auf so ein Spiel zu warten. Das macht mich traurig. Aber ich denke, ich gehe auch ganz stark davon aus, dass wir alles vor Xenoblade, äh, durchgespielt haben. Hat irgendwas gefunden und hat es für sich behalten, das Koromon. So ein Arsch. Deswegen, es gibt keine Neuigkeiten und nix und ich bin einfach, ich bin einfach deprimiert. Ich mache das traurig. Ich hätte da so, oh, das wäre so schön. So ein richtig geiles neues Digimon. Am besten wirklich Februar. Februar wäre einfach so geil. Oder halt einfach nächste Woche, das wäre halt einfach noch besser. Aber, ah. Dafür würde ich noch einen Stream-Tag aufmachen. Dann machen wir noch einen Stream. Dann ist Samstag auch noch ein Stream. Dann spielen wir den Digimon Survive oder so. Aber, jetzt steht alles in den Sternen. Das wird niemals. Ich, ach. Das ist so traurig. Das deprimiert mich so doll. Ja, vor Elden Ring habe ich Angst. Da weiß ich einfach nicht. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Äh. Das ist doch voll doof, dass ich das gemacht habe, ne? Ich sag's nur. Bei Elden Ring weiß ich echt nicht. Aber sonst, ah, das Doofe ist wirklich, es gibt gerade nicht so, tatsächlich nicht so Spiele, die jetzt rauskommen, die mich groß interessieren. Das geht erst ab März los. Wenn denn, äh, das neue Harvest Moon rauskommt. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, wie sie das, äh, das soll ja sogar tatsächlich so ein bisschen, ja, das neue Harvest Moon soll nicht nur Harvesten sein und Moonen, sondern es soll auch irgendwie so ein bisschen Kampf drin sein. Ich habe noch gar nichts von Elden Ring gesehen, bis auf diesen einen Trailer, der schon seit Ewigkeiten raus ist. Ich weiß ja gar nichts von, aber ich will das ja auch gar nicht sehen. Ich google da ja nicht nach. Also da bin ich wirklich, ne, das, da lasse ich alles auf mich zukommen. Wenn das immer noch die Bilder sind aus diesem Trailer da und was man auf Games Only sieht und sonst auf den ganzen, wenn da nichts Neues dazugekommen ist, dann weiß ich das auch. Das ist aber alles sehr nichts sagen. Harvesten, ja, irgendwie soll da jetzt, ich, ich, ich bin... Das soll ganz anders sein als als reguläre Harvest Moonens. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich meine, bei Stardew Valley haben sie es ja auch relativ gut hinbekommen. Da musstest du nur in der Mine kämpfen und alles. Sehr schön, Level up. Sonst hat sie auch wieder MP. Wobei ja da ja sowieso der Weg zurück geht. Ich weiß einfach nicht, wo ich hin soll. Center Bridge. Hier war ich noch nie gewesen. Ich war hier noch nie gewesen. Ich wusste noch nicht mal, dass man da nach links latschen kann. Wo bin ich denn jetzt? Oh doch, ich war hier schon mal. Ah gut, schade. Ich war hier doch schon mal. Was ich aber jetzt tatsächlich nicht mehr weiß, wie ich irgendwie was machen soll. Da war ich hier oben gewinnt. Warte mal, hier waren wir auch... Warte mal, hier war... Ich bin übelst verwirrt gerade, wo wir sind, ey. Hier. Sind wir Dark... Ich bin... Wie kann ich denn nochmal zwischen den Städten wechseln, da? Ich konnte irgendwie zwischen den Städten wechseln, dass wir in diese Dark Area E konnten. Wie ging denn das? So, glaube ich, ne? Nee. Wie ging denn das? Verdammt. Da war ja auch der neue Shop und alles. Wie kam ich denn da nochmal hin? Warte mal, ich glaube, über mein Zuhause kam ich da hin, oder? Auch wenn er mir sagt, questmäßig, dass ich da... Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin so verwirrt. Dark Area E. Ja, da sollen wir hin. So. Jetzt haben wir das doch. Bist du da ordentlich Sonnenfloramon? Oder bist du irgendwie... Ja, du bist Flo... Flo... Sollten wir zu Sonnen... Ich wüsste... Ja, ja, ja. Quatsch. Quatsch mir nicht sofort. Alter, du alte Blume. Ich wüsste mit dem Sonnenfloramon reden. Ich guck nochmal ganz kurz in den Questing jetzt rein. Talk to Sunflowermon in... Okay, Sunflowermon. Da, Sunflowermon. Yo! Naja, steht kein Yo, aber... You want me to make a Digi-Diddly-Digidly-Cake? I'm sorry, I'd like to make you one, but I'm all out of the S-P-Digimilk. If you get me some, I will make you a cake right away. Hey, Hookmon in this Sunken Tunnel has, äh, S-P-Digimilk. Und deswegen sollten wir wohl auch, äh, in den Sunken Tunnel, so, haben wir das halt irgendwie über... Wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich geh jetzt einmal wieder zurück. Ich geh dahin zurück, wo wir herkommen. Einfach weggehen. Einfach weggehen. Jetzt verlaufe ich mich wieder. Alles ist gut. Ich verlaufe mich sonst. So, jetzt sollen wir tatsächlich in den Sunken Tunnel und dann sollen wir Hookmon finden. Jetzt wissen wir das wenigstens schon mal. Weil wir hätten uns den Weg jetzt sparen können, aber... Ich... Allt, verwirrt und so. Was? Wenn ich das bei Kaiso sehe, wundere ich mich echt, dass ich das Spiel durchgespielt habe? Wieso? Ich verlaufe mich hier aber auch nicht, ne? Man kann jetzt sagen, was man will, aber rein theoretisch komme ich hier gut durch. Aber ja, es sieht einfach alles gleich aus. Es sieht alles übelstgleich aus. Mein Item! Warum liegt hier ein Item? Eine Gartediske. Spricht man so aus? Garte. Oh, mein Finger glüht, ey. Ist das gut, wenn... Wenn ein Finger glüht? Okay, mein Monitor ist schon wieder... Was ist denn da los? Wenn ich so voll kick, will ich nicht machen. Mein Monitor war schon wieder gerade kurz aus. Aber wenn es nicht bei euch ist, dann kann es ja rein theoretisch wirklich nur... ...nur hier sein. Ne, die... Ne, ne, ne. Die blaue Lampe am Monitor leuchtet noch, dass er an ist. Also, er ist nicht aus... Aus, aus. Also, er ist nicht aus. Er ist immer noch an, aber er macht nämlich schwarz. Das klingt so doof. Er ist aus, aber immer noch an. Er macht mich schwarz. Ich... Weiß es selbst nicht. Aber mein Monitor ist auch schon uralt. Hat es von der NDR das Alter wie Minako erreicht? Wie musste das sein, ne? Hallo, Coca-Cola. Verpasst hast du nur. Wir machen ein paar Quests. Wir machen ein paar Quests. Ich habe am Samstag den... ...mir meinen Ringfinger von der linken Hand in der... ...in der Autotür eingeklemmt. Und jetzt muss ich ein bisschen anders spielen, weil der halt taub ist. Aber sonst... ...alles gut. Sonst hast du nichts verpasst. Das Übliche halt. Ganz normaler... Ganz normaler Stream-Tag. Ruft mich doch nicht ständig an. Kann man das ausschalten, dass ich nicht immer von den ganzen Bananen da angerufen werde? Die sind mir wurscht. So, was mir aber nicht wurscht ist, ist Hookmon. Ah, jetzt brauchen wir noch Level 22, ne? Ah, aber wir haben die Maschinen-EXP. Äh, Minako. Danke, dass du letzten Stream nicht aufgepasst hast. Da habe ich das auch schon gesagt mit einem Alter. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ich habe schon im letzten Stream... ...habe ich mich auch über dein Alter blockiert. Rufumleitung an. Ja, aber wer weiß, wo es denn landet? Die Eisattacke gesehen? Das war voll frostig, ey. Weiß irgendjemand schon wieder, wo ich bin? Dann müssen wir jetzt nur noch Level abbekommen auf 22 und dann wird alles gut. Dann haben wir nämlich einen Hookmon. Minako, das... Das verletzt mich mehr, als was es sollte. Was mir gar nicht zugehört. Okay, mein Monitor ist schon wieder schwarz. Ich mache mir langsam einen Kopf. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier dran liegt oder... ...ääh, tatsächlich irgendwas... ...irgendwas anderes ist. Jetzt mache ich mir langsam einen Kopf da drum. Da waren wir von alle üb abgelenkt. Alle üb. Oh, ich freue mich drauf. Du hast mich ausgelacht. Minako, das verletzt mich dran. Du hast mich ausgelacht. Du hast nicht mit mir gelacht, weil ich habe bestimmt nicht gelacht. Ich bin so einer, der lacht nie. Ich bin so ein richtiger, ernster Böbel. So, ich gucke einfach mal hier oben. Mal kratzen. Oh, Mann. Auffang, ich verstehe immer alle. Alles üb. Alle üb. Alle. A-L-L-E-Üb. Üb. Alle üb. Das ist französisch für... ...ääh, gib mir mal das Croissant. Boah. Wisst ihr das nicht? Ich weiß noch nicht mal, wie das mit den Clips funktioniert. Ehrlich gesagt. Was so da... Da kenne ich mich hier überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, was mit denen denn passiert. Ich meine, ich weiß, dass man hier irgendwelche Clips machen kann, aber... Da bin ich auch ein bisschen tatsächlich selbst überfragt mit. Okay, ich gehe mal hier hoch. Was, da kann man die besten Szenen eines Streams maximal 30 Sekunden. Das ist... Das ist aber... Das ist aber auch ziemlich bitter, ne? Wenn das die besten Szenen... Naja, man kann ja mehrere machen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Man kann... Dass man mehr... Sonst wäre es echt bitter. Von einem ganzen Stream das beste 30 Sekunden. Das ist ganz schön hart. Nehä. Wie gesagt, ich kenne mich hier auch nicht. Ich habe es mir auch mal angeguckt. Ich muss mich sowieso auch nochmal ein bisschen... ...vereinfuchsen. Aber derzeit, ne? Derzeit bin ich gehandicapt. Seit wann kann ich Französisch... Ach, das kann ich schon seit, äh... Seit ich in der Grundschule war. Da hatte ich nämlich Französisch als, äh... Frühstück. Und seitdem läuft das einfach wie... Naja, Butter auf dem Croissant. Na, seien wir mal ehrlich. Die einzige Fremdsprache, die ich beherrsche... ...ist Englisch. Das wisst ihr. Das ist ein Abonnentensymbol. Was neben unseren Nick? Ja, ich... Ja, ich weiß... Ich weiß es noch nicht. Nächsten Monat. Ich kann jetzt noch gar nichts machen. Ich kann jetzt noch tatsächlich gar nichts machen. Und ich kann mir da auch noch nicht... Irgendwas... Ich finde es... ...toll, dass du dir da alles... ...tatsächlich durchliest. Also... ...also wirklich... ...ohne Scheiß. Das... Ne? Schockiert mich ein bisschen, dass du dich so drum kümmerst. Das finde ich ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Das ist irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Darf man... Darf man das Wort süß sagen, ohne dass man gleich... ...angebaggert wird, oder? Also ohne, dass... ...dass du mich jetzt anbaggerst. Ne? Darum geht's. Aber es ist schon rührend. Ich sag rührend. Kann ich nicht sagen, wie lange ich heute tatsächlich streame, doch. Weil dir ein bisschen wehtut. Aber ich benutze dann eher niedlich. Als Frau darf ich das. Sandy... ...bist du ne Frau? Seit wann? Seit wann behauptest du sowas denn? Huck, Mann! Huck, die Wette gilt! Oh Gott, das war... Der war echt schlecht. Der war wirklich schlecht. Was willst du? Willst du etwas SP-Diggy-Milk? Haha, ich save es für ein Diggi-Dilly-Keg. Ich gebe dir nicht meine SP-Diggy-Milk. Okay, Huck, Mann sieht aber irgendwie cool aus. Oh, ich mag Huck, Mann. Ich muss sagen, ich bin ja auch... Ich bin... Ich bin ein Huck, Mann-Fan. Ganz ehrlich, seit Digimon World 2003 bin ich ein absoluter Huck, Mann-Fan, weil ich das irgendwie cool finde. Vor allem seine Mega-Entwicklung, die total quaddelig ist, aber ist ja egal. Ja, Sandy, du weißt doch, dass das ein Witz war, oder nicht? Das war ein totaler Witz. Oh mein Gott, wir haben alle ganz schelmisch gelacht. Haha, haha, hahaha. Oh mein Gott. War das witzig. Kann mich nicht halten. Daneben. Durchgelackt? Nee, nee, das war kein Durchlacken. Das war einfach... Ganz ehrlich, wie ich das gemacht habe? Einfach so viele Heilungs-Items kaufen, dass du dich eigentlich nur doof heilen musst. Du musst halt nur so viele Heilungs-Items kaufen, die Digimon one-shotten dich nicht. Aber du brauchst halt so viele Heilungs-Items, dass du dann halt einfach sagen kannst, ja, Heilung hier, Heilung da. Du kannst ab und zu mal angreifen. Und ansonsten heilst du dich wie ein Blöder. Das mache ich hier tatsächlich auch nicht anders. Oh ja, Schoki wäre jetzt... Henni, du bist ja die Allerbeste, oder? Henni, du bist doch... Du bist doch der beste und tollste Mensch der Welt, ne? Knapp vor Minako. Äh, da gibt es sowas, was... So, weißt du, du bist doch so... Und, weißt du, so heiße Schoki und so. Weil ich... Ich bin ja auch immer so nett. Ich bin immer so ein total netter Kerl und alles. Ich sag nie irgendetwas Böses und bin auch immer ganz Gentleman-mäßig und... Und, und, und... Bitte, bitte... Manu... Und du auch ein bisschen Schoki-Schoki. Bitte, bitte... Sandy... Komm schon. Kann mir irgendjemand Sandy mit dem Stock pieksen, um sie vom Sofa zu schubsen? Der alte Jabba the Fat... Warte, warte, warte... Nein, ich hab das nicht gesagt. Nein, das war... Tonprobleme. Das Mikrofon... Ist kaputt. Das wär echt furchtbar, wenn das Mikrofon kaputt wär. Schnell vom Thema ablenken. Wir haben auch gewonnen. Sandy... Komm schon. Ach, Manu. Kann nicht. Okay. 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 Sei stark. Jetzt nicht weinen. Als du den Finger in der Tür eingeklemmt hast, hast du auch nicht geweint. Ich bin verletzt. Oh, das ist gut. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Oh, Manu. Was? Warum steht denn keiner hinter mir? Manu, komm schon. Oh, Manu. Dann koche ich nachher auch nicht das Essen. So. What? Sunflowermon asked you to get some? Why didn't you say so? I always give Sunflowermon Digimilk in exchange for Digi-Lili-Key. Please, forgive me. Take as much Digimilk as you want. Das wäre gruselig, wenn jemand hinter mir... Ach, die höre ich. Wenn die hier rin kommt, das höre ich. Ich kann wunderbar kochen. Und ja, ich kann besser kochen als Sandy. Ist so. Es tut mir leid, Sandy, aber ich persönlich finde, dass ich besser kochen kann. Jetzt irgendwie nicht böse gemeint oder sowas. Tatsächlich nicht, sondern... Sollen wir zurücklaufen oder... Äh, ich debutsche mich zurück. Ich habe so viele Gate-Disks. Aber ich persönlich finde, dass ich halt einfach besser kochen kann. Ja, genau. Ich habe Digimilk von Hookmon bekommen. Ja, ja. Ich verstehe schon. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Riecht auch ein bisschen fischig. Aber gut, das ist ja auch, ne? Ein Pirat. Deswegen ist das ja... Ist das, denke ich mal, ganz normal. Wo müssen wir hin? Warte. Use your brain. Use your brain. Okay, du hast dein Brain nicht genutzt, ne? Okay, okay. Use your brain besser. Okay. Ich wollte natürlich hier hin, um mich zu heilen. Das war natürlich meine allererste Andeutung von irgendwas. So. Wir müssen nach Sunflower, Mann. Rein theoretisch hätte ich auch hier hin. Und, ja. Komm schon, geh hin. Gib alles. Das Hookmon sticht bestimmt. Oh, Gott. Valkyra. Also bitte. Natürlich macht er das. Er ist ein Pirat. Das machen Po-Piraten so. Du hast ein paar Digimilk gefunden? Jetzt kann ich ein Digi-Dilly-Cake machen. All I have to do is stirr in this Digimilk into the better and bake. Was will sie machen mit der Milch? Okay, jetzt ernsthaft. Was will sie machen? Sie stirr in the Digimilk? Sie start es jetzt an. Meine beste Übersetzung. It's done. Here you go. Oh, ich will diesen Kuchen gar nicht haben. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht hat. Ich weiß nicht, warum ich Hookmon einen Handjob geben musste für diese Milch. Und ich weiß nicht, was sie damit gemacht hat. damit jetzt. Ist das eigentlich umständlich, wie ich laufe? Oder ist das intelligent? Weil ich nicht weiß, wo es lang geht. Also gehe ich davon aus, dass es intelligent ist. Du riechst nach Digi-Cake. Okay. Gehen wir einfach weiter. Tun wir einfach so. Wir hätten das nicht gehört. Ach ja, ist eigentlich ein, äh, ein Emote sollte ja bei, bei Twitch gelöscht worden sein, seit, äh, die Republikaner das, äh, äh, Kapitol gestürmt haben. Weil der sich wohl irgendwie scheiße dazu geäußert hat. Irgendein Twitch-Emote, dieser, 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 dieser komische Kopf, der immer so schockiert. Guck. Wisst ihr, wisst ihr, ich weiß nicht, wie der heißt. Der heißt, weiß ich gar nicht. Der war aber schon immer da gewesen. Und den sollen sie ja rausgelöscht haben. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie der heißt. Das tut mir leid. Aber dieser Kopf, der so komisch guckt. Den haben sie gelöscht. Ich muss kurz mal meine Finger kühlen. Mit meinen anderen Fingern, die kalt sind. Aber ganz ehrlich, gegen meine, gegen meine Verletzung würde jetzt wirklich heiße Schokolade helfen. Also das würde wirklich, das, das, das wird wahre Wunder wirken. Okay, so willkommen zurück. Oh, das ist truly der Diggily-Cake. Jetzt kann ich endlich einen Diggily-Cake essen. Diggily. Klingt als ob irgendwie Quackmire, das ist so ein Quackmire-Cake. Das macht es aber auch nicht besser. So ein Giggily-Cake. Thank you so much. Please get your reward at the dark center. Okay, thank you so much. Please get your reward at the dark center. Ich habe ihn aus Versehen nochmal angesprochen. Weil ihm die Creme-Füllung den Mund runtergelaufen. Oh, jetzt ist es aber gut, Mensch. Minako, du weißt, welchen ich meine. Den haben sie nämlich rausgelöscht, weil der sich nämlich, naja, dazu geäußert hat, dass er wohl auch irgendwie so ein, so einer dieser komischen Fanatiker ist. Und den sollen sie jetzt wohl rausgenommen haben. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie der hieß. Aber ich finde es auch gut, dass Twitter einfach den Account von, Twitter, Facebook und Instagram einfach den Account von, äh, von, von Präsident Dödel da, äh, einfach weggenommen haben. Finde ich total cool. Kommt vier Jahre zu spät, okay, aber trotzdem cool. Titan-Sabber, okay, das könnten wir sogar tatsächlich gebrauchen. Später für Hookmon. So, jetzt machen wir noch den Lilimon-Quest. Dann haben wir alle Quests und dann dürften wir rein theoretisch wieder ein Hauptquest annehmen, ne? Talk to Tentomon in Dark Square. Ja, gut, der wird, der wird weiter Präsident sein, natürlich. Natürlich, wer, 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 wird Präsident Dödel da, äh, der wird immer noch Präsident sein. Wo soll ich reden mit, den? Ihr werdet euch wundern. Wenn er dann irgendwann Präsident in seiner eigenen Klapse ist und sowas. Geil. Ist doch cool. Quest. Die Dark Square, ich bin ja jetzt, äh, wie sieht das, hier ist, glaub ich, Dark, nee, das Dark Office, das ist Dark Square. Nee, Dark Square waren wir gerade eben. Oder? Oh Gott. Dark Hall, nee, das ist Dark Square da hinten. Blah, 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 blah. Wir müssen das hier Dark Square sein. Ja. Okay, welches Digimon ist neu? Ich hab nämlich schon wieder vergessen, mit welchem Digimon wir reden sollen. Tentomon! Okay, Logging Mountain ist, äh, in Trouble. Sweet Rimogomon are trying to dig holes in it. If they dig without a plant, Logging Mountain could collapse. Please, go stop the Rimogomon. Hast du schon dein... Ich hab keine Wunderschoki bekommen. Nein, Sandy zieht's knallhart durch. Ich glaub, sie darf auch heute auf dem Sofa schlafen und das Sofa wird draußen stehen. Wenn nicht das erste Sofa. Ja, irgendjemand hat illegal Müll abgeladen in unserer Straße oder keine Ahnung. Gut, wir wissen, wer dat is. Wissen, wer dat war. Aber eigentlich am besten wieder durchs Fenster durchwerfen. Diese Spacken. Nein, das sind natürlich kein... Ich mein natürlich, dass es schlanke Leute sind. Ich vermute auch mal, dass Sandy mich hasst. Ich glaube, sie will mich auch quälen. Ich weiß nicht, was ich ihr getan hab. Weil ich bin immer nett und freundlich, aber irgendwie ist da wat. Ich weiß nicht. Ich bin auch schockiert darüber. Wie man so kaltherzig sein kann. Da hilft nur warme Schoki. Gegen diesen Schock. Hä? Wann mobbe ich Sandy? Also das ist... Hä? Ich habe noch nie Sandy gemobbt. Noch nie. Also wirklich, noch nie. Noch nie. Noch nie. Man muss es nur öfter sagen, wenn es irgendwann war. Oh, hast du eine neue Attacke. Oh, geil. Alter, der Dreier-Attack. Alter, geil. Geil. Was, den wollte ich machen? Achso, den, 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 achso. Jetzt bin ich verwirrt. Achso, Trimogemons. Ich bin auch schon wieder überhaupt nicht da, wo ich bin. Eisblasen. 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 Lang. Bebop ist Level 18. Noch vier Level braucht er tatsächlich. Das dauert sogar tatsächlich noch ein bisschen. Aber vielleicht geben die Trimogemons ja irgendwas viel oder so. Ja, die Emotes sind hier voll cool, ne? Finde ich auch. Die sehen nicht so 0815 aus. Auf YouTube sind das halt so eine WhatsApp-Emotes irgendwie. Oh, wieder ein Anruf, ey. Hier regt mich auf. Mann, geh da jetzt lang und lauf so, wie ich das befehle. Trimogemons. Ja, bitte. Coca-Cola, bitte. Bitte. Es würde mein Herz erwerben. Und mein Bauchy auch. Ein jücher, kleiner Bauchy. Oh Gott. Ein kleiner Schoki. Klar, Schoki. Ich hab dir extra diesen Milchpott gekauft für die Schoki. Wir haben extra ein Milch... Einen Milchtopf gekauft für extra Milcherwerben. Extra Topf dafür. Extra einen Topf. Den hast du gar nicht bezahlt. Naja, gut, aber... 30 Minuten nett sein. Das war's mit Schoki. Das ist jetzt so was abgefahren. 30 Minuten nett sein. Oh ja. Klar. Ich bin immer nett. Wann bin ich mal nicht nett? What do you want? I'm very busy right now. Looking for a place to dig a hole. Was? Ja. Stopped. Oh Mann, kommt ein Erwachsenwerden. Der meint damit buddeln. Und das ist mit G geschrieben. Komm schon. Stopped digging. Be quiet and get out of your way. Okay, der Blutergust wird gerade irgendwie tatsächlich ein bisschen dicker am Finger. Ist das gut? Well, der Blutergust wird nur noch ein bisschen dicker am Finger. Boah. Ja, wie gesagt, die Tür war komplett geschlossen, also die war komplett dicht gewesen, die Tür, also so ist es nicht. Ich musste sie wieder ganz normal aufziehen. Ich war auf Arbeit, ich war genervt, alles war scheiße. Ist man natürlich, ne? Aber er ist noch dran. Wäre er dran, hätte ich sogar zu Hause bleiben dürfen. Ich habe meinen Chef ja gefragt, ob ich jetzt nach Hause darf. Er hat gesagt, nee. Der hat gefragt, äh, ne? Was passieren muss? Er hat gesagt, der Finger muss ab sein. Ja. Ist halt Pech, ne? Wenn er noch dran ist. Oh, wir müssen das Handy entwickeln. Guck mal, Sandy, du wirst sogar gar Ruhru wollen. Ich kann dich auch zu den anderen Dingen machen. Dann, du bist wirklich stark. Okay, ich will stoppen, ich will I, I, I will Ich, ich bin will Übersetzt Müssen wir jetzt erst mal das Handy entwickeln Und jetzt schon das Max-Level erreicht hat Wer ist jetzt das hier unten? Also überleg's dir Schoki oder nicht? Kann's auch ein Ein J-Mujamon Das sagt dazu, dass es Spaß war Vom Chef Warum soll ich lügen? Warte mal, so ging das? Nee Ja, Mann Ich muss erst mal wieder die Tasten herausfinden So Die Gewoll wird Das Mujamon sieht wie Schokolade aus Äh, äh, weiß nicht Eher wie Naja Wie soll ich sagen, ne? So, sehr schön Noch mehr Attack Leider gehen jetzt auch deine Deine, deine Sachen wieder Weg So Dafür brauchst du jetzt Beast Geschwindigkeit Und Level 35 Konntest du sogar knapp werden Level 35 Ich glaub Level 36 war jetzt dein Max, ne? Oh, Level 35 ist das Max Das passt ja grad nochmal so hin So, aber equipen können wir dir jetzt bestimmt nichts mehr, oder? Wir können dir vielleicht ein bisschen Das ganze Gute können wir dir nicht mehr geben Schade Naja Kriegst du ja dieses kleine Kriegst du kleine Messerchen Ich weiß nicht, wo du die Messer trägst oder so Aber du kriegst jetzt kleine Messer Ich find ein bisschen mehr Stärke Ein ganz bisschen Abbüttel So, das war Trimogemon Nummer Uno Willst du noch zwei weitere von den Trimogemons finden? Ja, er wollte Dödel sagen Aber er darf das hier im Internet nicht mehr sagen Ja, aber wo hast du sie versteckt? Ich will's gar nicht wissen Überrasch mich Überrasch mich, wenn du mich abstichst Wenn du, äh, wo die Messer herkommen Pass auf, mit dieser Attacke eigentlich zu machen Die vergisst MP ohne Ende Was hast du denn jetzt eigentlich dazugekommen? Gefrorene, äh, Tanks Oh, kannst du zweimal angreifen Das Dödel ist harmlos Na, ne, ne, was, nein Oh, wir haben aber auch nicht mehr Die Beast Attack hast du jetzt nicht mehr drin Schade Die war eigentlich gut Bitte Ich sag, jetzt hab ich irgendwann mal was Schlimmere Hey, ich hab noch nie Eigentlich hab ich noch nie irgendetwas Schlimmes gesagt Also Dödel ist da schon Definitiv eines der Ganz oben angesiedelsten Dinge Erstmal fünf Level abgehen, Alter, weißt du? Ah, ich find das gut Sandy ist echt stark Also ich mag Sandy wirklich Das Digimon Das Digimon würde mir auch Spooky machen Bin mal ganz ehrlich Das Digimon wär nicht so Genau, noch nie etwas Schlimmes Hab ich ja gesagt Genau Naja, Obito ist bald Level ab, das ist gut Darf ich hier rumlaufen und Trimorum und suchen, ey Und Items mit, ey Ein Stein Das muss ja wie bei Kleinsteinen eigentlich, ne Viel Schaden machen Sehr effektiv sein Sehr schön, Level ab Ein Beaver braucht immer noch drei Level, Alter Oh Gott, oh Gott Ist das aber langwierig jetzt Ist trotzdem meins Digi-Dingster-Bumster Gate-Disk Naja, gut, warum nicht Okay, das wird, glaube ich, ein bisschen langwieriger mit dem Quest hier Ich muss mich nachher unbedingt daran erinnern Wenn ich jetzt auch, äh, hochlade Dass ich unbedingt mal Tabletop reingucke Was es da tatsächlich alles gibt Dies wär ja doch schon interessant Und auch Umfrage starten, ob die Leute auf sowas Bock hätten Aber den Lumen hätte ich eigentlich auch gerne Finde ich eigentlich auch immer ziemlich cool Kannst auch jedes Mal Attack dazu Das ist ein Item Ich sehe aber einfach kein Trimod gemacht Was ist Schach gegen die Community? Hä? Meinst du Windows Schach oder was? Hat Windows eigentlich noch Schach? Ich meine, ich hab Windows 10 jetzt ja drauf Also, ich hab gar keine Ahnung Hat Windows noch Schach? Ah, Mann, ey Die sind ja jetzt hier schon wieder ein bisschen stärker Wir sind schon wieder in einer Region vorgedrungen Wo es alles ein bisschen Ein bisschen härter wird So, Middle Attack Einmal alle Solitär Oh, das hab ich Ich hab auch immer ganz viel Spider-Solitär gespielt Ach, das waren Zeiten Achso Bekannte Seiten Ich hab keinen Plan, welche Ich kenn das halt nur über Über, 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 über Ne, Windows Habe ich halt hier auch immer Spider-Solitär gespielt Ganz, ganz furchtbar Womit man sich damals beschäftigt hat Weißt du, die Grafik war ja jetzt nicht Non-Pos-Ultra War nicht HD Die Grafik ist mir nicht ins Gesicht gesprochen Was, Chess24? Da spielen sogar die Schach-Profis Ja, aber wenn da, äh, die, 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 die Die Schach-Profis, äh, spielen Warum spiel ich denn da nicht? Und ich bin ein absoluter Schach-Profi Also ich kenn mich voll aus Ich würd ja sagen, es ist ewig her, wo ich Schach gespielt hab Aber das wär sogar gelogen Am 31. Dezember Und am 1. Januar Habe ich Schach gespielt Nein, ich möchte, ich möchte die Profis ja nicht irgendwie, ne Ja, das wär einfach Ach, stell dir mal vor Ich würd die Profis da einfach so fertig machen Ich kann auch gegen mehrere Schach-Profis auf einmal spielen Ist gar kein Problem Weißt du, die können da ruhig alle in Reihe sitzen Ich mach die alle fertig Scheiße, hier geht's schon wieder zurück Da geht's schon wieder zurück Es tauchen hier eindeutig viel zu viele Digimons auf Ich weiß nicht, was hier los ist Stresst voll Mittelattack, Feuerbrezel Einfach draufhauen Hau einfach so hoch, ist doch egal Ist ja sowieso eher der Tank Tankst auch nur du, Alter So, ich laufe wieder zurück Hier sind auch noch ein paar Items Die wir uns eventuell holen können Wenn wir da ein Scheiße Wenn wir da eine Leiter hochgehen Okay, nur ein einziges So muss es sein Immer nur ein einzelnes Klar können wir da nicht so Hardcore leveln Aber wir sind ja auch nicht zum Leveln hier Wir sind hier, um die Quests zu machen Wir sind hier, um Trimuge, um uns zusammenzuschlagen Ja, total tolle Leggings Minako Leggings sind nicht schön Es tut mir leid Was machen wir denn jetzt hier Das da Naja, es kommt nicht auf die Leggings an Es kommt eigentlich darauf an, wer sie trägt Wenn denn irgend sowas 200 Kilo mäßig ist Sich in eine XS Leggings zwängt Optisch Dann Ne Ist das halt Nicht sehr ästhetisch Just saying Am besten dabei noch ein baufrei Top tragen In Neon Gelb Oder Neon Pink Und wo sind diese Verdammten Drimogemons Wo sind sie denn nur Gott, wir müssen noch zwei weitere von hier finden Naja, jetzt kommt es natürlich darauf an Minako, wie groß du bist Wenn du Wenn du sagst, du wiegst 50 Kilo Wenn du denn aber nur 40 Zentimeter groß bist Dann sind 50 Kilo ja auch noch Äh, ziemlich viel Gut, ich bezweifle es aber Ne Ich sag ja nur Es ist verhältnismäßig Oh, noch zwei Level Dann ist es endlich soweit Dann haben wir einen Hookmon Ach man, warum ist denn hier immer alles nur Sackkasse, ey Ja, ich weiß, wie groß du bist Ich weiß auch, wo du wohnst Was du in deiner Freizeit machst Was für eine Bettwäsche du hast Irgendwas Anime-mäßiges Irgendwas Anime-mäßiges Oder was ganz Standardmäßig ist So richtig langweilig Standard So wie wir das auch haben Aber ich will ja auch nicht in einem Anime-Gesicht schlafen Ehrlich gesagt Die limitierte Case-LP-Bettwäsche Das ist gruselig und könnte man falsch verstehen Ach Dann verstehen sie es halt falsch Muss ich mich dann auch auf Twitter entschuldigen Das ist ja irgendwie letztens auch wieder passiert Mit irgendwie sexueller Belästigungspanda oder sowas Ich glaube, wir müssen in eine andere Richtung, oder? Ich habe das Gefühl, dass wir hier völlig falsch sind Dass wir hier gar nicht dahin kommen, wo wir hinwollen Nein, nicht mit Hundi raus Der Hundi muss nicht raus Ich muss Schoki bekommen Warum komm ich hier? Wow, männliche Geräusche 2.0 Okay, jetzt mal ernsthaft Da war vorhin noch eine Kiste Wo ist die Kiste jetzt hin? Frag mich aber nicht, was da genau war bei dem Ach, ja Ich entschuldige mich dann nachher auf Twitter bei dir, Minako Keine Sorge Wenn ich dem Hund beides Schoki mache Mein Hund darf aber nicht mit Schoki in Kontakt kommen Der frisst sie das nur Da gehe ich sogar wirklich von aus So, Saini ist bei dir, Level Up Nein, keine Farben, Results. Bitte nicht. Nach links laufen ist echt schwer. Ohne Scheiß, nach links laufen ist wirklich schwer für mich. Das Quest ist mir viel zu langwierig hier langsam mit den blöden Trimogomons. Weil die dauert echt lange. Nicht von Erfolg gekrönt, was wir hier machen. Charge! Wo war ich denn jetzt noch nicht gewesen, ey? Wo war ich denn jetzt noch nicht gewesen, ne? Oh, verfluchte Trimogomons. Hm, diese Trimogomons. Sie regen mich tatsächlich sogar gerade ein bisschen auf. Weil die diesen Scheiß Berg zerstören, aber sagen gar nicht, wo sie sind. Oh, ein Weemon. Das ist aber selten, glaube ich. Keine Ahnung. Das ist das erste Mal, dass wir einen Weemon sehen. Jetzt ist es tot. Naja. Konnten wir keinen Pokéball drauf werfen. Dann müssen wir halt die DNA von seiner Leiche kratzen, damit wir einen Weemon, äh, naja, selbst finden. Selbst uns züchten können. Oh, mein Schuss. Mein Finger tut weh. Nö, ah nicht. Nein, halt, nein, halt, falsch. Das da. Das teilt mir auch... Oh Gott. Oh, Minako, bitte. Bitte, das... Nee. Mach mich fertig. Nein, nicht das. Oh, guck mal, Minako wegen dir. Ja, Amadellimon ist cool. Ich habe aber bis jetzt noch keinen Wormon gesehen, aber... Naja, wer weiß. Das finden wir bestimmt auch noch. Es hätte ja wohl irgendwo einen Wormon geben, wa? Ich meine, die hier gibt es auch, also. Nö, mal so. Okay, wo zum Teufel sind diese wunderbaren und hochintelligenten Drimogemons? Vielleicht gibt es ja auch einen Alle-Öppmann. Wenn es ja springbedürftig ist. Ne, Gatomon habe ich auch noch nicht gefunden, ne. Oder was dazugehört. Ich weiß nicht, wie die heißen. Wir suchen aber auch Drimogemons. Sind wir mal ganz ehrlich, wir suchen Drimogemons. Und die machen mich wahnsinnig, dass wir die suchen. Verrieren. Das ist hier Logik Mountain oder Locken Mountain, ne. Was, Minako? Du musst die ganze Zeit an alle abdenken. Warum? Warum? Verstört fürs Leben. Bitte. Was passiert, wenn man auf meine Streams guckt, ne? Verstören fürs Leben. Ich weiß nicht, ob man damit angeben könnte. Ich weiß nicht, ob man damit angeben könnte. So, jetzt aber. Komm schon. Drimogemons. Ich weiß. Du bist schüchtern. Scheiße, wir sind am Anfang. Oh, leck mich fett. Ja, bei mir hat es sich auch so eingeprägt. Weil er es halt einfach so lustig gesagt hat. Das ist ganz furchtbar. Da kann ich jetzt auch Moonlight-Bomben machen. Hier, Moonlight-Shadow-Bomb. Und dann. Muss ich jetzt mal gehen. Oh, das wäre total. Oh, Valkyra. Das hätte total Stil. Wirklich. Eine eigene Schoko-Figur hätte. Das hätte einfach mega Stil. Oh mein Gott, das würde ich so unsagbar feiern. Ich hätte auch gerne einen Wackelkopf von mir. Das wäre total cool. Ich will einen eigenen Wackelkopf haben. Das wäre total cool. Oder einen Drimogemon finden. Mensch, das wäre... Wow. Ich kann mich kaum halten. Ich gehe mal ganz kurz zurück und mich wieder heilen. Oh, verdammten Drimogemons, ey. War der erste Teil auch so langwierig? Ja, ich gar nicht so furchtbar langwierig in Erinnerung. Genau. Dann ins Auto. Genau. Ich wollte den genau auf mein Armaturenbrett stellen. Das wäre einfach so unsagbar cool. Das hätte so unsagbar Stil. Das wäre so cool. Warum habe ich sowas nicht? Äh, das, 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 das weiß ich, Minako. Das habe ich damals schon so gemacht. Ich weiß nicht nach den ganzen Updates, wie das wirklich noch geht. Aber ich weiß, dass es geht. Oh, das hätte etwa... Aber ich glaube, sowas kann man sich... Sowas kann man sich... Es gibt bestimmt keine Internetseite, wo du sagen kannst, dass... Weißt du? Das wäre einfach so cool. Oh Gott. Damit wir den Lebenstraum in Erfüllung gehen. Mich als Wackelfigur. Das wäre so cool. So. Aber was auch cool wäre, wenn wir jetzt Drimogemons finden... Wo bin ich nochmal langgelaufen? Wo komme ich her? Das Blöde ist, ich... Sie sieht alles gleich aus. Ich habe meine Ungeduld kenne. Was ist denn für eine Ungeduld? Es ist halt furchtbar, wenn du die ganze Zeit durch ein oder dieselben Maps läufst. Und verrückt wirst irgendwann. Und das ist jetzt wirklich verrückt werden. Ganz wirklich verrückt werden. So, ganz allmählich driftet man ab. Vor allem ist ja auch... Wir müssen gleich aus. Okay, warte mal. Hier unten waren wir auch schon gewesen. Das ist nur... Wir können nur in diese eine Richtung gehen. Wir können nur in diese eine Richtung gehen. Also... Ja, nur die Richtung. Was war ein Spongebob der Film? Wo war ich da ungeduldig? Wo war ich da ungeduldig? Von Geduld noch die Dinger zu verarmen? Die Goofy-Guber-Münzen. Ja, das... Das ist wirklich... Übrigens spiele ich immer noch mit Tastatur. Das Ding hier kann keine... Oder der Emulator... Ich weiß zumindest nicht wie... Kann... Naja, den Controller nicht. Ich kann nicht mit Controller spielen. Das hätte ich auch jetzt liebend gerne mit Controller gespielt. Weil das ist ein bisschen angenehmer für mich. Durch meinen völlig verwundeten und Schoki-unterfütterten Finger... Dremorge-Mann! Entschuldigung. Da war ein Dremorge-Mann. Bin kurz ausgeflippt. Hab einen Patermon angerufen dabei. So über FaceTime oder über Tinder hab ich Patermon gerufen. Auf irgendein Spongebob-Spiel hätte ich auch Bock. Aber seien wir mal ehrlich, die gibt es nicht mehr. Es gibt, glaube ich, keine guten Spongebob-Spiele mehr. Wirklich nicht mehr. Ich glaube, wir haben alles Spongebob-mäßiges, was es gibt, gespielt. Was spielbar ist. Minako ist ja auch dadurch ein großer Spongebob-Fan geworden. Durch meine Let's Plates von Spongebob. Sie ist jetzt wirklich, ne? Das will sie nur nicht zugeben. Also wenn sie jetzt schreibt, ja klar oder nein oder sonst irgendwie sowas. Das ist gelogen. Wir wissen das alle. Eine Gartediske. Noch eine. Toll. Bin begeistert. Kann mich kaum halten. Dremorge-Mann. Wow, Minako. Das tut weh. Das tut weh, Minako. Und bei Dragon Ball hat mir halt nur Kakarot gefallen. Weil das nicht nur so ein Kampfspiel war. Ich kenne Dragon Balls nur als Kampfspiele. Und das ist nicht ganz so meine Welt. Dass ich da nur so Tekken-mäßig mich durchkämpfe, ist nicht ganz so mein. Was für das Play-Through? Gibt es das hier? Es gibt so viele. Ich muss auch echt aufhören, auf meinen Finger drum zu drücken. Warum haltet ihr mich eigentlich nicht auf mit Fingerdrücken? Ihr müsst mich da aufhalten. Okay, okay, okay. Das zweite Drimogomon ist tot. Und seine Einzelteile zerrissen. Wie, als wäre man einen kleinen, knuddeligen Hasen... Naja. Echt, die haben das wirklich so echt? Okay. Ja, gut. Ja, von... Ja. Gut, ja. 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 Ja, aber wenn ich an Schoki denke, dann denke ich an den, an den, an den, an den Herzschmerz... Und die Trauer hinter allem. How did that happen? I lost Dan. I guess there is no choice. I will see my dream in my sleep. Du kannst auch auch bohren. Bohren der Nase, bohr... Keine Ahnung. Hol dir einen Bohr, da Collie. Ha! Der war gut, ne? Ja, ich weiß, der war gut. Auf den bin ich selbst gerade ein bisschen stolz. Da freue ich mich. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Ja, das Trimo gewonnen hat. Ach, das habe ich... Gegen das habe ich gerne gekämpft. Wie viel ich besiegen muss? Äh, drei Stück. Zwei haben wir. Also wir arbeiten... Wir... Wir... Wir arbeiten uns langsam hoch. Wir müssen jetzt nur wieder das andere suchen. Oh Gott. Wir müssen jetzt nur das andere suchen. Hat schon wieder einen Anruf? Ne, ihr wollt mich auch nicht sehen mit Facecam. Ich bin froh, dass es keine Facecam gibt. Ehrlich. Die Friseure haben zu. Ich sehe aus wie... Ich sehe... Ich sehe aus wie dieser Busch. Ich sehe... Definitiv aus wie dieser Busch hier. Und das will wirklich keiner sehen. Ich liebe Digimon World Next Order. Ach, das war so geil. Und ich werde garantiert auch Digimon Survive lieben. Da gehe ich ganz stark von aus. Wirklich. Männer mit langen... Nee, also... Nee. Wenn man... Wenn man die Haare dafür hat... Ja. Wenn man so Haare hat wie ich... Dann nein. Hey, who are you? Hey, who are you? Don't interfere with my... So, jetzt. So, letztes Trimogon. Wir haben es gleich. Wir sind durch diese ganzen... Netten Lande hier gegangen. Und... Oh. Endlich. Ich wollte gar keine. Schoki! Schoki! Ich kann jetzt nicht reden. Ich bin gerade mit einem Gesicht in der Schoki drin. Die kochend heiß ist, aber alles egal. Schoki! Hi, Schoki. Na, wie geht's? Kommst du öfter her? Schön wär's. Schön wär's, wenn du öfter hierher kommst. Sag mal, Schoki. Hast du eigentlich einen Freund? Oder wär das was zwischen uns beiden? Und nicht mal ein Danke. Nö. Dankeschön, Sandy. Das war wirklich sehr aufrichtig. Mich ewig danach betteln lassen. Ich hab einfach nur so'n Trog bekommen. Oh, neuer Skill gelernt. Okay, wir swappen mal. Raging Darkness. Oh ja, Raging Darkness. Werd ich sowas von Raging Darkness ein MP? Oh Gott, kostet aber viel MP. Ich darf nicht nur auf MP-Dinger gehen, ne? Das wäre auch ein bisschen... Ich nehm dafür mal einfach... Ich nehm dafür mal Eisblasen raus, da. Ich glaube, Battle Sense war mehr wichtig, als Geologie... Geological Sense. Hey, I will stop digging. Ja! Wir haben's geschafft! Oh Gott, raus hier! Die Wände kommen näher. Ich werde verfolgt. Ich glaube, ich nutze ne Gate-Disk. Auch wenn das Gate da unten ist. Aber ich muss raus hier. Ich werde verrückt. Ich werde kind of verrückt. Ich will ne Gate-Disk. Ich brauche keine Gate-Disk kaufen. Wir haben so viele Gate-Disk. So, warte... Gehirn. Sag was los ist. Hier lang. Ja, ich hab... Was? Noch drei? Wehe, du klaust mir meine Schurki. Niemand klaut mir meine Schurki. Actually, Logi Mountain ist... Äh, Mountain I really like. Thank you so much. I will be grateful. Äh, now you can reward your thing. Ich bin immer lieb. Ich weiß gar nicht, was ihr immer habt, dass ich nicht lieb bin oder so. Ich find das, ne? Sehr verletzend. Muss ich jetzt eigentlich noch nett sein, oder... Kann ich mich wieder 2020 mäßig benehmen? So, da ist ein Reception-Disk auf hier irgendwas. Und ich muss mich am Kopf kratzen. Irgendwie ganz in den Kram hier. Kratz, kratz, kratz. Ja. Ein Sleep-Core-Core-Core. Nice. Jetzt müssen wir ja rein theoretisch hier... Qu-Qu-Questen können. Ja! Lightfang Asul. Ja! Wir haben endlich... Ah! Ja! Ja, das stimmt. Und du bekommst bei mir wirklich immer den Willen. Haha. Ne, ich hab die... Ich hab meine Schoki tatsächlich immer im Blick. Das könntest du nicht. Die ist immer im Blick. Ich liebkose gerade die Tasse. Wir haben gerade ein sehr inniges Verhältnis zueinander. Bitte nicht stören. Sandy, jetzt muss ich nur noch pinkeln. Ich weiß nicht, ob du da auch helfen kannst. Sandy, die Toilette! The Lightfang suddenly attacked uns at Resistor Jungle. Die Leute sind wirklich sehr wunderschön. Sie müssen die Leute, die die Stadt verletzt. Aber Julia, das ist ein großes Problem. Wenn die Lightfangs wirklich verletzt haben, wir können sie nicht so wie sie wollen. Aber wir wissen, ob das ist. Wir können nicht so gut rutschst. Wir können nicht so gut rutschst. Das ist schwierig. Good timing, Kaste. I have a job for you to do. I want you to drink this hot chocolate. That is really delicious. And I... Oh, heiß. Okay, I don't drink it yet. I want you to go to Resistor Jungle and meet with the Tamer from Lightfang. They might know something. We need to learn more about this. Incident. Be careful not to provocate them. Wann provozier ich mal welche? Kaste, just be careful. They think we are the enemy. Let's get some payback when we see them again. Everyone needs to act carefully. Now, everyone go to Resistor Jungle and get information from Lightfang. We need to find solid evidence. Guts, there's no way you lose to Lightfang. Of course. We are the Nightcrow. Well then, let's go. Rühren, rühren, rühren. Can I just drink, oh no to die? Oh no to die? Oh no to die? Can I just drink, oh no to die? What do I do? Ach ja. Die heiße Schokie trinken, stimmt. Die macht so unsagbar süchtig, Alter. Das ist ganz furchtbar. Die weiße Schokolade ist echt furchtbar. So, wir sollen in den Jungle. Wir hätten uns vorher nochmal heilen sollen, wa? Aber eigentlich bin ich auch zu cool, um mich zu heilen. Aber wir heilen uns trotzdem nochmal. Ich glaube, das wäre wesentlich besser. So, wir sind noch mal geheilt. Warum noch nicht? Warum denn auch einfach nicht? Und ich muss nochmal wieder ein Schluck trinken. Kann gerade nicht mehr viel reden. Schmecke da aber auch eine Note von Zyankali raus. Ist das da auch drin, ne? Voll cool. So. In den Dschungel. We are in the jungle now. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Das können plötzlich, ne? Was? Eine Pipi-Pause machen? Ach, Quatsch. Das wird ausgeschwitzt. Alles gut. Wir wissen nicht, was ich sagen wollte, ne? Raging Darkness. Mach mal Raging Darkness. Was ist denn? Was ist denn Asen? Was ist denn Asen? Ratter, 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 ratter. Voll süß. Okay, die sind auf jeden Fall schneller als, als, ne? Als Pummel. Mach mal in den Feuerbraten. Okay, die sind auf jeden Fall schon ein höheres Level jetzt wieder. Wir können euch, ne? Achso, Arsen. Arsen. Ah, sehn ich nicht. Ah, wie sehn ich mich danach. Oh Gott, ich werde einfach nicht besser. Ah, trinken. Trinken macht mich glücklich. Boah. 133. Naja, wir kriegen eigentlich ein EXP. Und Bebop ist bald so weit, dass wir es entwickeln können. Cool. Wir kommen hier eigentlich. Also, wir können schaffen. Geht. Also, ich denke, laufen. Meine Güte. Mein Gott, ein Kuwaka, Mann. Da machen wir einen Dark Crusher drauf. Vielleicht paralysieren wir es ja sogar. Warum auch? Schön, dass ich so viel verlange. Trink schon meine Schoki, ist schon in Ordnung. Da ist jemand. Da müssen wir zusammenschlagen, glaube ich. Ich glaube, das ist der... Okay, da kommen wir gar nicht hin. Angeteasert, dass da jemand ist, weißt du? Und wir kommen da gar nicht hin. Danke. Danke, Merkel, dass du so nett bist. Paralyse. Natürlich nicht. Ich schlage sie ja nicht wirklich zusammen. Schoki. Schoki. Und dann die Person da oben. Weil sie nämlich Digimüll hier überall hinwirft. Und das verschlucken dann die Digimon. Und dann, ne? Im Endeffekt wollen wir ja nur den Menschen da dran zusammenschlagen. Gleich wie gut macht Raging Darken ist auch was anderes, außer Duckeleitzresistenz runter. Ich bin ja ein absoluter Trinkmuffel, ne? Aber jetzt sauf ich das Ding weg wie sonst was. Ist auch alle jetzt. Gleich. Nicht mehr Lunge. Hurra, das Handy ist wieder Level up. Ich glaube, mit der Witz 20 konnte sie jetzt die guten Waffen tragen. Damit sie einfach noch stärker wird. Noch mehr eskaliert. Das hat jetzt keiner gesehen, das Ding. Bei Hurra, du hast jetzt nicht hingeguckt. Das gibt es hier nicht. Okay, Trinken muss ich nochmal lernen. Naja, gut, dass ich Bart hab. Dadurch, dass ich Bart hab, ist halt, ne? Was sieht man doch links in der Leiste? Gar nicht. Das sieht nur so aus. Da sind nur ein paar Ratten zusammengebunden. So, alle, alle. Keine Schurki mehr für mich da. Sandy, Schurki! Werkt das bedürftig? Ich glaub, es kommt ein bisschen bedürftig rüber, oder? Vielleicht ein bisschen zu bedürftig. Who knows, who knows. Reicht jetzt. Es reicht nie. Nie. Gott, warum hast du mich so? Was hab ich dir jemals getan im Leben? Wo bin ich? Ich glaub, wir müssen hoch, oder? Ich weiß auch schon überhaupt nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Die ganze Gemüse hier macht mich einfach, ne? Was den Topf zum Auslecken bringt. Ne, lass mal. So, wir haben gleich auf jeden Fall erstmal einen Hook geworden. Das ist sehr gut. Da freu ich mich sehr drüber. Und ich hoffe, dass aus Hookborn wirklich auch irgendwas wird. Naja, aber bei den Zehn-Liter-Kanister bin ich aber auch, äh, auch nur für eine Stunde ruhig. Seien wir mal ehrlich. Warum überleben die ja denn hier alle, die blöden Red-Kwetschimons, ey, du Scheiß-Gemüse, ey. Gott, niemand mag euch Gemüse. Niemand mag euch. Warum war die Wasser-Attacke so gut dagegen? Aber ich glaub, das war lag am Critical, oder? Ja, level up. So, jetzt müssen wir erstmal als allererstes learn new skills. So, jetzt müssen wir jetzt aller, 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 allererstes erstmal dich hier entwickeln. Das ist jans, jans wichtig. Ich hoffe, danach kommen tatsächlich noch weitere Entwicklungen. Ach, fuck, leck mich am Arsch. Ich glaub, danach kommen gar... Oder, ja, vielleicht doch. Oh Gott, hoffen wir einfach, dass... Oh Gott, falsch, Taste. Hoffen wir das Beste, dass danach Entwicklungen noch kommen. Ansonsten wär ich sehr, sehr trauriger wie Bubble. Ich nerfe nie. Ja! 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 Was? Oh komm schon, wenn danach keine Entwicklung kommt, ne? Wenn danach nicht... Leck mich fett, Mann! Warum hasst mich meine Welt? Ich fett, Leute. Oh Mann, das ist wirklich scheiße. Oh Mann, warum gibt es nirgendwo mehr Armor-Mon und das andere Mon? Hallo? Are you Nightcrow? Are you Nightcrow? Prepare yourself! Warum greifen die mich an? An die für ein Problem. Mann, denn kein... Gibt das mehr... Okay, wir gehen mal als erstes auf, hier, Dödel-Mon, hier. Was? Vier verschiedene DNA, die... Okay. Was für brauche ich denn dafür? Zufällig ein... Ein Krakenmon? Das wäre natürlich, ne? Ein Krakenmon wäre natürlich, äh... Ideal dafür. Aber die Frage ist, warum werden wir angegriffen? Was habe ich denen getan? Ich bin doch immer so ein netter Bubble. Doch, kalt stört. Kalt stört sehr. Das muss warm und frisch sein. Die warme, kalte Schoki ist furchtbar. Bischofen-Chest-Mon, Mami-Mon, Shukun-Gekko-Mon. Äh. 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 Oh Mann. Oh Mann. Wie der Einzige, der gerade depressiv ist, deswegen? Ich gehe mal davon aus, ja, aber trotzdem. Oh Mann. Was kann ich mit unseren Optumon machen? Vielleicht sollte ich auch mal so eine Internetseite aufmachen, aber das wäre mir zu anstrengend. Ich habe ja auch noch einen Champion-Octomon dabei. Kann ich nicht damit auch noch irgendwas machen? Bin voll deprimiert gerade, dass es das so wieder nicht gibt. Oh, schön, wir sind Level-Up. Was? Mami-Mon ist cool, ja, aber Bischof-Chess-Mon... Äh, weiß, ne, ne, eigentlich die, die, die nicht so. Aber wo kriege ich einen Barke-Mon her? Das ist halt auch wieder, ne? Ah, defeated, Nightcrow. Defeat, Lightfang. Was? Äh, hä? Mami-Mon wäre eigentlich auch cool, ja. Hat eigentlich auch immer Stil gehabt. Hm? What? What am I doing here? Was... Are I sleeping? Oh no, run! Hä? Hat die sich jetzt weg-teleportiert und wollte uns mit Rennen warnen, oder? Glossomon und... Okay, Dragomon sagt mir gerade gar nichts. Aber das Ding ist so nutzlos wie... ...'n Haufen Banane. Ich werde das jetzt auch mal runterentwickeln hier. Das ist ja, das ist ja, das ist ja... Gesomon. Äh, Delphin-Mon. Ich werde das jetzt mal runterentwickeln. Wenn ich die richtige... Wenn ich die richtige Taste finde. Dickenerate, alter. Dickenerate. Ich bin so dickenerated, ey. Nee, ich hab keinen Demi-Devi-Mon. Ich hab noch gar nicht sowas in der Art. Auch noch nicht gesehen. Was will ich zerstören? Ach. Naja, 100 ist ein bisschen zu viel, ne? Aber ganz ehrlich, ein Liter wäre schon... Ah, das wäre... Ja, gut, zwei Liter. Naja, eineinhalb Liter. Wir wollen auch nicht übertreiben. Ein halb Liter voll warmer Schoki wäre schon voll geil. Oh. Da würde mein Leben echt endlich wieder einen Sinn haben. Und nicht, dass ich einfach nur pinkeln muss. Okay, ich glaube, wir machen einfach mal Dolphin-Delfin-Mon, oder? Oh, guck mal, Delfin-Mon kann zu Warmon werden und zu... Hier, Gesomon kann wieder gar nichts. Aber hier, Warmon und... Warmon halt. Warmon geht nur. Jetzt bin ich am Überlegen. Soll ich den hier auch runterholen? Platin-Sukamon wäre einfach super. Tickamon. Puppet-Mon. Oh, guck mal hier, geht bis Puppet-Mon. Rock-Chess-Mon. Oh, da kann man das ja sogar... Man kann es ja sogar sehen. Platin-Sukamon wäre natürlich, ne? Oh, Meckamon, Alter. Was zum Teufel ist denn ein Oh-Meckamon? Ich weiß doch nicht, was ein Tickamon ist, aber Puppet-Mon wäre auch cool. Oh, Tusk-Mon haben wir, glaube ich, sogar, oder? Few-Stats. Oh, das können wir sogar sehen. Mhm. Ja, aha. Die Monster-Tack-Plus-30. Okay, und wenn wir jetzt das andere Ding nehmen... Wir sind mal ehrlich, niemand will hier Andromon haben. Hier Andromon ist einfach... ...einfach Enttäuschungs-Mon. Toll, super weggeklickt, du Dödel. Ja, ich weiß, wer Tusk-Kein-Mon ist. Danke. Weiß ich sogar wirklich. Da ist mein Name drin, also bitte. Da muss ich das ja wohl wissen. Das ist nur Plus-30. Money-Saver. Also, da würde ich hier echt Battle-Chest-Ding nehmen, ne? Ich wusste gar nicht, dass ich das vorher alles nachgucken kann. Müssen wir jetzt auch mal irgendwie überall gerade mal machen. Hier gibt's tatsächlich nur... Oh Gott, das gibt keine Mega von denen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's ne Mega von dir. Gibt es das auch nicht, oder? Oh, Mekka, das ist so... Oder das betet immer nach Mekka. Okay, irgendwie krieg ich's nicht angezeigt. Gibt's einen Grund dafür, warum ich's nicht angezeigt bekomme bei allen? Warum konnte ich bei den einen bis Mega gehen, aber hier nicht mehr? Liegt das an meinen unsagbaren Skill des Verwirrtseins, oder wie läuft das ab? So, ich mach hier das Ding hier auf. Ist jetzt meins. Ist jetzt meins. Herr damit. Halt mir Ruhe, ihr habt Gegenstände gefunden. Wutmon. Ja, aber warum wird's mir denn nicht angezeigt? Liegt das daran, weil ich doof bin, oder? Im Allgemeinen. Was? Schrieb Flair Dharma? Ach da! Habe ich gar nicht gelesen, ist tut mir leid. Ach, weil meine Attitüde nicht so hoch ist. Ach so. Entschuldigung, habe ich nicht mitbekommen. Deswegen ist das so... War bei den anderen denn höher? Na gut, der eine konnte bis Level 60 sein, ne? Ist tut mir leid. Es ist Minakos Schuld. Minako hat... Mich abgelenkt. Okay, wenn ich jetzt den Soul Full Kick mache, ne? Denn... Ist ja ja voll gekickt. Macht auch nicht so viel, denn. Könnte lieber Mami-Mon. Ja, hol ich mir sogar wirklich. Bakemon. Ich glaube, wir hatten das so... Ich glaube, wir haben das sogar... Oder hatten das mal. Ich glaube... War Sandy nicht ein... Hätte Sandy nicht Bakemon werden können? Ich will Sandy jetzt auch nicht wieder zurückentwickeln. Dann müssten wir ein neues... Garurumon haben. Deswegen... Das wäre eigentlich... Eigentlich cool. Ich hoffe, Obito geht Level ab. Am Arsch. Danke. Ich bin der Meinung... Sandy kommt aus... 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 Klingt total komisch. Wir hatten doch irgendeinen... Wie... Wie hatten wir denn? Wen hatten... Wir hatten... Ich bin... Äh... Du vielleicht? Nee, du wärst doch zu diesem Spacko-Mons. Wir hatten doch irgendjemanden. Das war... Das war... Das war... Ich bin... Ich bin... Ich bin so der Meinung, dass wir erst... Oder ich bin auch einfach nur... Vielleicht ist es auch einfach nur mal eine Doofheit. Ich will das alles nicht so wahr haben. Okay, wo bin ich hier eigentlich schon wieder? Wir suchen immer noch die von Lightfang. Naja, es ist gleich Level up. Hoffe ich mal. Nice, danke. Hat ja genau hingehaut mit 69, wa? Der Schlingel. Der 69er Schlingel, du. Langt Hydro-Water. Langt die kleinen Angriffe hier bei dem Kleinen. Wir treffen ja wieder nicht. 3-Jetals. 4-Jetals. 5-Jetals. Ich muss noch mal bei denen gucken, die wir schon haben. Leck mich fett, Alter. Wir haben auch keinen blöden Key gefunden, oder was? Ach, Neomon. Wenn das mal nicht stirbt, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber ich höre, es sind wirklich zu viele wilde Kämpfe. Das ist leider wirklich bisher nicht. Ich kann aber auch keinen Schutz oder sowas auftragen, dass wir hier mal ein bisschen laufen können. Ich meine, ich könnte fliehen, aber... Naja, Level müssen wir ja trotzdem immer noch. Sonst hänge ich nachher mit EXP zurück. Also, das wäre auch doof. Also, im Endeffekt verlieren wir nur hier. So, hier lang. Wir müssen jetzt einen Key finden. Was ist das denn? Wendigomon? Was zum Teufel ist... Ah, eine Spinne! Was zum Teufel ist ein Wendigomon? Okay, Wendigomon sieht ein bisschen aus wie Hackfleisch. Ich weiß nicht, warum es... Es sieht einfach aus wie Hackfleisch. Außer das Gesicht. Das Gesicht sieht aus wie ein Frosch. Das ist ein Hackfleischfrosch. Da ist ja was. Aber wenn ich eine Skulptur aus Hackfleisch machen würde, dann würde sie so aussehen. Was ist das denn? Oh Gott! Sanny fischt wieder rum da. Kriegt auch einen giftigen Stachel hier. Jetzt habe ich voll Bock, eine Skulptur aus Hackfleisch zu machen. Ist das normal? Ja. Nach zwei Level, dann kann Sanny die dicken Waffen tragen. Man muss nicht mehr mit kleinen Messern rumhüpfen. Hä, wieso fuh, die andere machen bei... Ah, Wendigo, Hackfleischmon. Schnelles Soul, kicken wir ihn in die andere Weltgeschichte. Sanny darf reinbeißen. Wobei sie ja, glaube ich, kratzt und nicht beißt. Oh, mein Spirit. Oh, du Fisch. Wieso vom Hackmeister? Ich frage einfach unsere örtlichen Hacker. Die können doch bestimmt irgendwas im Internet heraushacken, wa? Jungle Key. Naja, das war ja doch einfacher als erwartet. So, wo war das jetzt? Warte, zurück. Oh Gott, ist schon wieder der da. Oh Gott, noch einer von denen. Und der steht ganz außen. Weil er schon ein bisschen gammelig ist. Oh Gott, noch ein bisschen gammelig ist. Der ist ja ein ganz großer Hacker dann. Jetzt kommen die ganzen Hackwitze durch. Schön. Darum ging das halt bei Digimon Hackers Memory. Ah. Einfach nur die Erinnerung an Hackfleisch. Hat dann auch keiner gesagt, ne? Digimon Hackfleisch Erinnerung. Ist einfach cool. Bringt das, bringt das, ne? Bringt das Spiel einfach in völlig neues Licht. Der hat sich mit Hakuna Matata aber auch, ne, getan jetzt. So, weiter. Und neuer Skill. Aber gut, das war bei Flo. Das ist mir egal. Ich brauche jetzt einen Duskeimer. Ich weiß aber auch, ich bin immer noch, ich kann, ich denken. Okay, Baumtaugung jetzt hier, die ganze Zeit nur Dödelmon hier auf, hier. Hackfleischmon hier. Wäre irgendwie voll gruselig, ein, ein, ein Digimon aus, naja, Hack. Wäre irgendwie, wäre irgendwie nicht schön. Weiß ich nicht. Stell dir mal vor, du hast wirklich so einen Digimon nur aus Hackfleisch. Boah, aber sind wir mal ehrlich? Ich muss gleich erstmal pinkeln, Alter. Meine Fresse. Ich muss gleich erstmal für kleine Königstiger. Wie man das, äh, vornehmen sagt. Und genau das mache ich jetzt. So, ich bin, äh, gleich wieder da. Die heiße Schurki muss ich wieder in die Tasse füllen, dann kann ich sie gleich wieder trinken. Jam, 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 jam. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. hallo hat mich einfach mal reingemogelt hallo welche taste muss ich zum löschen drücken wer weiß dass er ist gleich fertig er füttert seine digimon ist das schlimm oder ne auf den tischkacken nicht hallo er kommt wieder he was like jessi lässt man das hier einmal alleine lässt man das einmal alleine und schon wollen die walrösser wieder rein so ich weiß nicht was abgegangen ist aber wir ignorieren das jetzt einfach mal so ich drücke jetzt hier rein das hättest du schon machen können warum hast du das nicht gemacht nichts kann sie doch nichts kann sie so das müsste jetzt rein theoretisch irgendwo da unten gewesen sein ich hoffe dass es wirklich auch einfach ganz schnell da drin ist jetzt ist mein spiel geschlossen wäre der ganze speicherstand weg was die drei minuten werden dann aber überzogen die drei minuten machen wir deswegen jetzt früher schlossen weil das handy ja jetzt da war das handy hat alles kaputt gemacht warum darf ich nie irgendjemanden paralysieren schon wieder ist mein monitor ausgefallen das handy war hier ja es wäre alles von heute weg gewesen ja das auf jeden fall ja 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 übrigens auch es ist es ist stil meine güte hat stahl halt ne so es kommt bestimmt gleich irgendwie gleich noch ein richtig fetter epischer boss kampf was neid ich schau mir im nachhinein nicht meine streams an Aber ja, wir sollten vielleicht mal wirklich speichern, wa? Warte, wie geht das? Ich muss die Taste hier drücken. Wir sind sowieso gleich, äh, denke ich mal, ganz stark vor dem Bosskampf. Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, dass gleich noch irgendwas Bossiges kommt. So, jetzt kann Sandy das Spiel auch schließen, wenn sie will. Okay, vielleicht kommen auch noch Kämpfe gegen diese ganzen Dödel da vorne. Guck dir mal diesen Elvis an, ey. I will defeat you. You are my enemy. Ich hab jetzt eine Smartwatch, hm? Ich bin Sandy. Du hast irgendwie voll die ekligen Pistigimons, Alter, ehrlich. Nee, da werde ich, ich weiß auch noch nicht mal, zu welcher Zeit ich da tatsächlich reinklicken gemüsste. Enigma. Paralysiert ist richtig scheiße jetzt. Paralysiert ist richtig kacke. Paralysiert ist für den Arsch. Und vergiftet ist auch für den Arsch. Wir sind nicht mehr paralysiert. Oder wir dürfen trotzdem, weil wir so cool sind. Wir dürfen weitermachen, weil wir so cool sind. Aber ich muss sagen, man fühlt sich echt besser nach dem Mann, ne? Was 2,27? Ja, das ist, ne? Äh, 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 äh. Das da. Ich gehe auch mal einfach, ne? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Sandy da auch einfach nur nette Sachen gesagt hat. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das war bestimmt nur nette und lobende Worte an mich. Was anderes kann ich mir bei ihr gar nicht vorstellen. Entschuldigung. Erstmal den... Erstmal das Ei knacken. Sehr schön. Damit ist es Geschichte. Das müssen wir doch die... Das Ding da knacken. Nein, ist gleich. Haben wir es gleich geschafft. Hier ist der Paralysiert. Oh cool, wir haben schon keinen. Ja, ich defende mal so. Oh, chill. Oh mein, warum... Oh Gott, der Einzige, der nicht paralysiert ist, ist... Er hat keinen MP mehr, oder was? Er hat mich fett, Alter, ehrlich. Doch, ich hab's mitbekommen, aber ich bin gerade hier voll auf Grinsekatze hier. Den Grinsedödel da. Ich wusste auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hab alles irgendwie... Ich bin... Ich hab gerade gepinkelt. Das ist... Ich bin jetzt erstmal... In einer ganz anderen Welt gefangen. Das ist völlig normal. Nach dem Pinkeln. Ich hab da schon wieder keine... Naja, wir können jetzt Friesen fangen wieder machen. Wie können wir die Friesen fangen? Das ist nicht, das geht. Okay, gleich ist es tot. Es lebt immer noch. Mist viel. Gott, wie lange kann man denn gegen so ein blödes Nunemon kämpfen, ey? Ehrlich. So, jetzt aber. Sehr gut. Naja, wenigstens alle Level ab, wa? Naja, bis auf Polpolup. Macht aber nix. Life is... Pain. Okay, schön, alle Level ab. Oh, neuer Skill. Schon wieder? Oh, neuer Skill. Oh, schon wieder? Ja, zack. Ja, wir gucken mal. Was gibt es denn? Healing Spirit. Oh mein Gott! Okay, das ist wirklich wichtig. Statt Soulful Kick. Ich bin kein großer Fan von Soulful Kick. Wir können uns jetzt heilen. Oh, ich bin ein Smartwatch. Oh, ich bin Sandy. Oh, helf mir. Ja, Sandy sieht derzeit aus wie Marge Simpson. Nur nicht ganz so heiß. Oh, guck mal, wir können uns jetzt heilen. Alter, wie geil ist das denn? Okay, heilen ist wirklich cool. Da bin ich wirklich sehr frohlockend drüber. Da bin ich wirklich sehr frohlockend drüber. So, hier hinten, warte bitte. Ja, ich bin halt ein sehr frohlockend. Ah, Wendigo. Leomon, tu was. Sandy weiß auch gar nicht, wie das angeht. Ehrlich gesagt. Sandy ist Gott sei Dank nicht ganz so intelligent. Wow, also heute ist wieder ein Tag. Außerdem trage ich keine Hose und dann hättet ihr gesehen, dass ich keine Hose trage. Weil es ist wie ein Facecam-Date oder wie auch immer man jetzt alles mit Facecam nur noch macht. Oder im Homeoffice oder sowas. Da trägst du ja sowieso allgemein keine Hosen mehr. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass alle, die Homeoffice machen, keine Hosen tragen. Kriege ich ganz stark davon aus. Fire-Code. Oh, noch mehr. Da. Ja, weiß nicht, was ich sagen will. Das war natürlich alles nur nett gemeint. Ich trage ja auf Arbeit spärlich Hosen. Und ich muss Hosen tragen. Weil ich unterwegs bin. Weil ich muss ja Türen testen, wie sehr sie am Finger wehtun und sowas. Ich bin Türentester. Wie die Konzentration von verschiedenen Körperteilen mit Türen sind. Ich bin überhaupt nicht gemein. Ich bin ein super netter Schnurbelpropel. Boah. Was auf meine Kosten? Warum? Das ist aber auch nicht nett. Hier wird nicht über mich gelacht. Das ist furchtbar. Ich muss mein Ego nicht mit. Warte mal. So, ich vermute mal, wir müssen hier hoch. Da ist noch so ein Dödel. Ja, komm, den machen wir auch platt. Oh, mein Kopf. Und da ist noch ein Dödel. Ach nee, das ist hier wieder der Dödel. Defeat. Nightcrow. Destroy Union. Nee, das hat jetzt nicht. Ich hab keine Ahnung. Pulsar, what are you doing? Hurry, run! Pulsar, get to the gate! What are you doing here? I see. Ich bin verwirrt. You will pay for what you did to Pulsar. Was? Ah! Hilfe! Okay, das ist jetzt... Okay. Ich weiß nicht, was das ist, aber das brennt. Ich lösche es mal ein bisschen. Es stimmt nicht gut, dass es brennt. Okay, wir machen erst mal ein. Erst mal nur auf ein. Was ist das von? Coronamon, die Ultra? Achso. Ja, ich sehe es. Stimmt. Ja, es hat sehr, sehr... Sehr viel Ähnlichkeit mit Corona. Wieso? Rice Gremon ist doch auch... Ist das nicht Ultra? Rice Gremon da, der... Der alte Reismann. Halt, Gehirn. Gehirn. Ich muss mein Gehirn ab und zu mal anschreien, damit es sich wieder beruhigt. Ist Rice Gremon nicht Ultra? Mein Rice sagt ja schon viel aus. So, ich habe es eingeschläfert. Genau das wollte ich. Entgreift es uns nämlich nicht an. Doch, sehr schön. Oh, 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 oh. Oh, sie leben. Okay. So, eins haben wir gleich schon tot. Das ist sehr gut. Toll. Ich liebe es, wenn, ne, Attacken daneben gehen. Ich weiß, der andere schläft, aber ist ja egal. Der schläft auch gleich wieder. Die sind aber easy. Die sind überhaupt nicht stark oder so. Das sind eher... Das sind eher... Weicheimons hier. Ist nicht so, dass sie irgendwas drauf haben. Das ist echt nicht so, als ob die irgendetwas drauf haben. Entweder sind wir tatsächlich sehr stark gelevelt, aber die sind eigentlich Level 47. Ein theoretisch müssten die doch... Müssten die doch stark sein, aber die haben ja nichts drauf. Das sind eigentlich voll die Dödel. Sehr gut. Ich muss Handicap auch jetzt das harte Ding geben. Ich mach mal... Ich mach mal Healing. Einfach nur, um mich mal zu heilen. Einfach nur, um mal zu sehen, wie das ist. Wie viel heilt? Oh, das heilt aber gut. Mit 700 heilt das aber verdammt gut. Dafür müsste ich sie jetzt rein theoretisch wieder alle zusammenschieben, damit jeder Heilung bekommt. So von der Theorie her, aber... Das ist doch jeder angeklopft. Alter, gestunnt. Ich kann nicht mehr. Da ist ein Stun drinne. Wow, zwei EXP, Ubi, du, wirklich? Kling, kling. Es ist mein Lose. Kannst du nicht glauben, dass ich den Nightcrow verloren habe? But even if you take over the world by force, Lightfang will never lose. We are the ones fighting for justice. What do you think justice is on your side? How can that be? So, nochmal kämpfen? Ja, meinruf, warte mal kurz. Das ist mein Börsenmakler. All of you, Nightcrow, listen to me. Don't fight with the Lightfang. Get as far away from the Resistor jungle as fast as you can. What is this? Is this the Union? I guess there's no choice. We will have to continue this later. Lightfang will never lose to evil. Warum haben die eigentlich alle einen Teleporter? Warum habe ich keinen Teleporter? Warum soll ich hier weg? Ich laufe hier noch ein bisschen rum. Einfach nur für das Level ab. Deswegen nimmt Minako ja auch nie Lobs von mir an. Hat sie alles nicht verdient. Ganz schlimm. Sehr kritikerlastig hier alles. Können wir noch? Ne, können wir nicht. Warum auch? Äh, 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 äh. Ich gehst doch rübersteuern, ey. Weil ich hätte auch den angreifen können, dann wäre es eigentlich relativ irrelevant geworden. Aber ist egal. Ich muss der Handy gleich noch ihre Sachen wiedergeben. Damit sie angriffstechnisch noch stärker wird. Okay. Und jetzt können wir auch tatsächlich zurück, nachdem wir das Handy mal ihr Zeug gegeben haben. Äh, äh, äh. Ja, genau. Oh, yeah. Ja. So. Jetzt hat sie wenigstens richtig Angriff dazu. 300 irgendwas. 300 irgendwas so hart. 310. Übrigens. Sehr gut. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Ich gehe mich aber erst nochmal kurz heilen. Ich gehe mich aber tatsächlich erst nochmal kurz heilen. Jetzt sehen die Haut schon wieder die Overwatch-Dinger raus. Hier muss ich gar nicht hin. Hier muss ich erst nachher hin. Ich muss bestimmt erstmal noch mit Julia reden. Julia! Mein Hasenfurzel-Burzel-Murzel! Was denn für die Glatze? Chief Julia, warum hat Lightfang-Attackers in der Resistor-Jungle? Hmm, Spike. Ich bin sicher, dass sie einen Grund haben, um uns zu attacken. Aber... Du denkst, dass die Leute, die Attacken City und Lightfang sind zusammenarbeiten? Wir haben keine Proofen, also da ist wirklich kein Weg zu wissen. Und da ist kein Weg? Ein Jungen-Team-Member, die Suppe zu protecten City, würde es zuerst. Das hast du aber schnell gemerkt. Blitzbirne. Kaste! Kaste! You're back! Spike! I want you to continue gathering information about Lightfang and Sunshine City. Understood. Glatze! It seems that something's going on with Lightfang. Kaste. Go and gather information about them also. I have sent you reward to Dark Center. Ja! Keep up the good work. I'm counting on you. Ja! 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 Je Schenke! Malt! So, und wir gucken gleich mal wegen Tusk-Almon. Jetzt brauche ich immer Je Schenke. I need Je Schenke. Je Schenke, Je Schenke, Je Schenke. Mehr, Alter. Je Schenke. Je Schenke. Das ist die Rezeption, Alter. Je Schenke. Hurra! 160 Thema-Punkte. 10.580 Bits. Und ein Baumstamm. Geil. Jetzt ernsthaft, was soll ich mit einem Baumstamm? Jetzt mal ernsthaft, was soll ich mit einem Baumstamm? Das wird bestimmt nicht hier drunter sein, oder? Nee. Hier aber auch nicht. Das ist halt ein Equipment-Gegenstand. Ja. 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 Jetzt soll ich mit einem Baumstamm. Ach, für die Farm. Ach so. Ach so. Ja, stimmt. Ja, 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 stimmt. Ja, jetzt, jetzt, ja. Das brauche ich nicht. Was soll ich mit einem blöden Baumstamm? Ach man, Baumstamm, ey. Okay, wir gucken mal ganz kurz, ob wir uns ein Two-Sky oder so machen müssen. So dick ist der Baumstamm, nicht, dass ich das Handy rausbekomme. Ach, heute ist ein netter Tag. Ich bin ein netter Kerl. Digi-Lab. So, was, was, was haben wir denn jetzt hier? Hier wuselt es schon wieder Digi-Con-Wert. Das sieht aber nicht danach aus, als ob wir das haben. Ja, da unten ist schon alles. Nee. Das sieht aber nicht danach aus, als ob wir das haben, ehrlich gesagt. Aber wir können hier mal einen Argomon und einen Kokomon und einen Biomon und einen Tendomon und einen Partamon und einen Mashomon und einen Gummimon können wir mal alle mal ein bisschen konvertieren. Was, wie der Schule? Um diese Uhrzeit? Na klar, unter Digimon. Hätte ja sein können, dass ich das, äh, hab. Ja. Ich weiß sowieso nix mit mit denen. Aber ich mach nix mit denen. Oh, nee, das ist fein. Entschuldigung. Entschuldigung, war falsch. So erwachsen. Von irgendeinen von denen müssen wir noch garantiert das hinbekommen. Irgendeiner von denen wird das jetzt irgendwas ich will, äh, gucken. Kann ich aber auch nicht überspringen hier den Kram. Gar nicht wahr. Narko, hä? Stimmt doch gar nicht. Was, hä? Gar nicht, was? Ist alles gelogen. Alles, nein. Ich hab jetzt auch gerade kurz Pastamon gelesen, aber naja. Gibt ja nur Cheeseburgermon. Wer auch immer auf die Idee kam, Cheeseburgermon zu machen, aber okay. Da sind wir jetzt einfach mal dahingestellt. Oh Gott, viel zu viele von den Digimons hier. Die müssen wir gleich erstmal alle durchgucken, ob wir daraus irgendwo einen Tuskermon bekommen oder das andere. Das hier ist lila. Das müsste doch eigentlich ein Tuskermon werden, wenn wir es zurück digitieren, oder? Wir gucken allgemein mal ein bisschen, was die Digimons so können. Maschroben. Wir haben ihn einfach nur Pilz. Oh Gott, wir haben viel zu viele Digimons, Alter. Oh Gott. Du kannst ja schon anfangen zu kochen, Sandy. Wir machen gleich Feierabend. Machst du den Nuggets in den Ofen und den Rest mache ich danach, ja. Wenn wir das so essen wollen, aber eigentlich ja schon, ne. Und dann müssen wir noch gucken, wie wir das mit den Baguettes machen. Mh, Baguettes. Ich würde sagen, Kartoffelküh, oder? Aber bis dahin sind wir auch schon fertig. Nein, Pommes sind ungesund. Die ganzen Transfette und sowas. Und, oh nein, das geht gar nicht. Außerdem ist das nicht vegan, Pommes. Ja, wie gesagt, in 10 Minuten sind wir hier fertig. Ich muss ja 3 Minuten überziehen, sagt, äh, Mod Minako. Deswegen müssen wir jetzt, äh, hier erstmal weitermachen. Kubrimo. Seit ich Nuggets esse. Hähnchen-Nuggets. Richtiges Hähnchen. Weil, die Hähnchen haben damals nur vegan gegessen. Und wenn ich denn die Hähnchen esse, esse ich halt auch vegan. Wenn ich denn das, das, das Fleisch davon esse. Weil, ist dann ja auch vegan. Weil, das, das Hähnchen hat ja auch nur vegan gegessen. Ich bin halt so ein, so ein, so ein, in zweiter Instanz Veganer. Das zählt aber. Das zählt. Wenigst anderes hören. Das zählt. Das zählt. Gehst du mal weg? Das hier ist ein professioneller Stream. Also bitte. Nuggets. Geh mal. Musst du nicht kochen oder so? Oder Fenster putzen? Oder Frauenkram machen? Äh, nein. Kein bisschen. Ich gehe ganz stark von Nein aus. Coca-Cola. Wenn du nicht etwas ganz Tolles beherrschst, dann, äh, nein. Blub, 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 da, da. Wenn ich noch überhaupt gar keine Ahnung habe, wer in mein Team kommt. He, he. Aber ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ich bin kein Fan von Argumon. Der ist so, der ist so Standard. Hookmon, der ist, der ist nicht Standard. Keiner will einen Hookmon haben, deswegen will ich einen Hookmon haben. Aber auch nur die Entwicklung davon. Kanondramon und sowas. So heißen übrigens die Mega-Entwicklung. Kanondrachenmonster. Genau, Argumon ist einfach das Pikachu, der... Kann ich eigentlich schon vorher, bevor ich das konvertiere, jetzt mal alles, ohne Scheiß, kann ich schon vorher gucken, zum Beispiel zurückdigitieren kann, bevor ich mich jetzt hier doof und dämlich mache. Monodramon. Nee, kann ich nicht. Was, es gibt hier... Was? Wo? Wer... Was? Wo? Wo... Was? Wo? Wo... Wo kriegst Kanondramon hin? Ich hab mich jetzt sogar tatsächlich anders hingesetzt, weil ich jetzt aufgeregt bin. Wo... Wo zum Teufel krieg ich... Krieg ich Kanondramon her? Ich will Kanondramon haben. Ich will Kanondramon haben. Nein, ich mag Pikachu nicht. Pikachu ist langweilig. Oh, Jomon könnte natürlich auch noch dazu werden, ne? Was? Vermilmon? Ich hab'n Vermilmon. Ich hab'n Vermilmon. Oh Gott! Ich... Ich... Was? Ich will unbedingt... Oh! 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 Tyrannomon, Triceramon... Ja, aber wenn jetzt hier... Kriegen wir nicht hier dieses Vermilmon oder sowas? Oh Gott, die macht mich grad'n bisschen wuschig, Alter. Ehrlich. Das ist grad'n ganz schlimm. Aber wir haben ja auch nur einen Black-Tyrannomon, ne? Dann könnt ihr dann noch hier... Pagumon... Ach, scheiße. Wir kriegen Pagumon nicht rein. Ah, Pagumon wäre vielleicht auch noch zu sowas geworden. Verdammelung. So, und was brauch' ich noch? Wo krieg' ich die anderen her? Welches... Was krieg' ich jetzt? Ich brauch' Hilfe. Ja, ich weiß. Die Nuggets sind im Ofen, aber... Kanondramon! Ich bin schon wieder im Digimon-Lab. Kann ich das hier eigentlich nachgucken? Hier steht ja dieses Special Digi-Wolf. Kann ich das hier irgendwie... Jetzt mal so ganz doof gefragt. Warte. DNA Digi-Wolf? Achso, zum Status... Nein, 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 nein. Ne, einen Gilmon hab' ich noch nicht gesehen. Einen Gilmon hab' ich noch nicht gesehen, ne. Ich guck' jetzt aber erstmal ganz kurz nach den restlichen Chroms. So, wer könnte jetzt hier... Niemand... Was kann denn niemand? Nichts. Könnt's doch nicht zurück-digitieren. Oh Mann, geh' doch nicht mal ganz zurück. Oh Mann, geh' doch nicht mal ganz zurück. Ich hab' hier mal einen... Doof, Alter. Die können sich aber auch alle nicht zurück-digitieren, ne? Doch. Batmon. Arschmonster. Okay. Warum nicht auch einmal... Warum nicht einfach mal ein Arschmonster werden? Gute Nacht, Valkyra. Ja, wir machen hier nur noch das hier. Wir machen auch gleich Feierabend. Was kannst du denn überhaupt werden? Kino, Hanmon, Erdramon. Guck mal, ein Wemon. Ich hab' gar keine Lust mehr, hier jetzt alles durchzugucken. Bojomon, was kannst du denn? Krapmon. Mr. Krapmon. Krapmon kann's auch nicht weiter, ne? Ja, wir kriegen, glaub' ich, nicht so auf die schnellen Tuskeimon her. Schade. Na ja, gut, okay. Ihr müsst mich nächstes Mal unbedingt dran erinnern, dass ich an einem Kanodramon arbeite, ne? Wo auch immer ich denn noch die anderen herbekomme, Brachio, Mon oder Mame, Tyramon. Weiß ich gar nicht, wer das ist, ehrlich gesagt. Warte, nein, ruf mich nicht an, Mann. Ich bin nicht da. So. Das will ich nämlich tatsächlich, also wenn das wirklich geht, will ich das auf jeden Fall haben. Dann ist das auf jeden Fall schon mal, ne? Was? Gilmon wird ohne DNA-Digitation zu einem Kanodramon. Oh Gott. Hatten wir nicht irgendwo einen Gilmon schon mal gesehen? Müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier lenkt mich zu sehr ab, das ist echt gemein. Ein Gilmon, ein Quarimon, irgendwie so ein, so, so, diese Doofkörper da. Diese Doofkörper-Mons. Sogar ein Wemon. Aber kein Gilmon, nur. Shit. Ach, Mann, all die Digimons, die ich nicht hab. Das ist voll fies. So, wir machen jetzt aber Feierabend. Wir haben schon wieder überzogen und das Essen ist gleich fertig. Deswegen mach ich jetzt tatsächlich ein bisschen schneller Feierabend. Gut, ich verabschiede mich denn jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, es kann tatsächlich angehen... Ich mach jetzt gleich mal... Ich glaub, ich starte gleich schon die Umfrage auf. Auf, auf, auf. Auf Twitch. Ja, auf Twitch, auf YouTube. Entschuldigung. Ich starte, glaub ich, gleich schon die Umfrage auf YouTube. Und dass wir dann diesen Mittwoch oder vielleicht auch erst nächsten Mittwoch... Äh, tatsächlich mal Tabletop-Simulator streamen, oder? Da hätt ich voll Bock drauf. Weiß ich nicht, wär bestimmt voll cool. Hätt ich Bock drauf. Kriegen wir bestimmt hin. So. Ich mach jetzt aber Feierabend. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Entweder nächsten Montag oder nächsten Freitag, ne? Je nachdem, wann auch immer wir irgendwie zu irgendwas kommen. Ich bin gespannt. So. Bin jetzt aber raus. Gute Nacht euch. Eine angenehme Woche, falls wir uns nicht mehr sehen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.